Mal schauen, wer alles zuschaut, wer dabei ist, wer Bock hat. Und ich begrüße auch YouTube natürlich hier an der Stelle noch. Wunderschönen guten Abend. Wir starten heute Abend in eine, ja, Staffel Transport Fever 2. Mal schauen, ob es euch gefällt, ob es den anderen gefällt. Mal gucken. Also ich finde es auf jeden Fall ein megamäßiges Spiel. Und kann es halt eigentlich immer nur empfehlen. Aber das muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Mr. Timmy, moin, JCB, moin. Natürlich, Jezuka oder whatever. Schönen guten Abend. Schön, dass ihr alle da seid. Ich muss hier mal kurz noch eben was einstellen. Okay, das passt. So, kommt auch noch LS. Heute kein LS. Heute wird kein LS kommen. Gestern mal für dieses Jahr das letzte Mal LS auf jeden Fall. LS wird frühestens, denke ich, wie gesagt, Ende der Woche rum wieder kommen. Ich muss hier eben kurz was einstellen, meine Lieben. Genau, so einmal. Und dann einmal. Ne, so, so. Und dann die Videoeinstellung. Und dann können wir eigentlich auch loslegen. Ähm, ja. Ja, wie gesagt, alle die Bock haben, einfach zu schauen beim Transport Fever 2. Ich habe mir auch noch ein paar Mods reingeladen. Werdet ihr gleich auch sehen. Ähm. Gehen wir mal auf Steam. Und Prost. So, wir machen aber heute Abend auf jeden Fall mal ein bisschen was anderes radiomäßig. Gucken wir mal, ob wir vielleicht... No, sowas hier. Bisschen was entspannter. So. Ich wird sein. Wir starten mal rein. Ja, gestern hatte ich ja schon versucht, im Stream schon mal ein bisschen was zu starten. Oder da hatten wir ja leider ein kleines Problemchen mit der, ähm... Mit dem ganzen... Ja, Safe... Ja, nicht Safe Game, aber mit Mods oder so weiter. Da hat es mir ja irgendwas dazwischen gehauen. Das heißt, wir werden jetzt mal ein Spiel laden. Na, ne, nicht Spiel laden. Wir machen ein neues Spiel. Freies Spiel. So. Wollen wir mal reinschauen. Karte spiele ich keine. Wir werden uns auf jeden Fall ein gemäßigtes Biotom nehmen. Oder B... Ja, Biotom. Biotop? Bio, Bio, Bio... Ja, Bio meine ich. Biotop, nein. Bio. Ein gemäßigtes Bio. Größen wahnsinnig auf jeden Fall. Eins zu zwei. Denk mal, ist eine coole Größe. Anzahl Städte niedrig. Wir können mal gucken, wie viel wir beim Mittel hätten. Mit dem Fluss finde ich eigentlich schon ganz gut. So wie es jetzt aufgeteilt ist. Da haben wir auf jeden Fall immer so ein bisschen Flüsse dazwischen. Das ist nicht verkehrt. Das ist absolut nicht verkehrt. So, mal gucken. Wie viele Städte haben wir denn jetzt? Das passt. Industrien. Nee, wer ist denn auf Mittel? Wenn wir beides auf Mittel machen. Das muss jetzt natürlich zugeflastert sein mit Industrie. Grüß dich, alte Dame. Flammex, alles gut bei dir? Wie geht, wie geit dich das? Ich mach mal hier ein bisschen, bisschen höher, oder? Besser so? Oder lieber wieder ein bisschen tiefer? Weil jetzt ist ja jetzt nicht interessant, was ich jetzt auf der Tastatur mache oder so. Wir können das ja auch so machen ein bisschen. So, das denke ich mal ganz gut. Moin! Äh, Cezas, äh, Cezax, Cezax, 120, moin moin. Ja klar, bei mir geht alles gut. Und selbst, ja. Moin moin, Jojo-Biene. Schönen guten Abend. Ich denke, wir werden die Map hier so nehmen. Wir machen Mittel-, Städte- und Mittelindustrie. Äh, Game X100, moin moin. Und machen das halt ganz entspannt. Werden auf jeden Fall Schwierigkeit, also schwierig nehmen. Ähm, Einstellung, Benutzer definiert. Ich bin immer überlegen, ob wir doch nur europäisch nehmen. Ist da jemand da draußen, der schnell, also der irgendwie, was meint ihr, sollen wir nur europäische Städte nehmen? Also nur europäische Züge oder alle Züge? Können das hier auch alle Züge machen, ne? Ne, Sandkasten-Modus wollen wir nicht. Weihnachten wird überstanden, auf jeden Fall. JCP schreibt alle. Okay, nehmen wir alle mit rein, erstmal. Alles gut überstanden, Game X100. Und selber auch. So, genau. Deutschland-Großstädte, das passt. Dann machen wir große mit. Ne, machen wir Großstädte. So, einmal. Und dann im Jahre 1950? Fanfahrer 500. Schönen guten Abend. Oder was meint ihr, Leute? Was, 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 was sollte man machen? Welches Startjahr? Was würdet ihr sagen? Also 1950 gefällt mir eigentlich ganz gut, weil es da schon so ein bisschen Bus gibt. Können natürlich auch im Jahre 1900 oder 1850 anfangen. Ganz 300 vor Christus. Warum, warum, warum frage ich überhaupt den Chat, wenn der, wenn, 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 wenn Markus da ist? Wie kann, wie kann ich den nur fragen? 1950, ja, muss, muss, fühle mich 10 Kilogramm schwerer. Ich auch, ich auch, Game X. Von alt bis neu. 1950, Jojo-Biene. Wir können auch 1900 machen. Oder, oder von mir aus ein bisschen früher noch. Mir ist das relativ. Also wir werden uns da sowieso auch arbeiten müssen. Und ich habe jetzt ein bisschen gestern Abend verstanden, worauf wir doch ein bisschen mehr arbeiten, äh, achten müssen. Also die meisten schreiben wirklich 1950 rum. Dann machen wir mal kurz hier was. Hier können wir kurz aus Discord mal rausgehen. So. 1950, ja, seid ihr euch sicher? Dann starten wir 1950. Dann dauert es nicht so lange, bis wir wirklich dann in die neuen Epochen gehen. Machen wir das schwierig. Start 1950. Und starten wir rein. Da bin ich ja mal gespannt, wa? Ob das jetzt alles ein bisschen besser läuft. Dip, dip, di, dim, 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 dim. Geht das Spiel eigentlich Multiplayer oder nur Single? Leider nur Single, JCB. Das wäre mega geil. Das wäre mega, mega, mega geil, wenn dieses Spiel, glaube ich, um Multiplayer gehen würde. Aber das würde nicht funktionieren, glaube ich. Wie würdest du das machen, weißte? Und wir müssen ja auch einen Neuanfang im Jahre 1950 machen, weil ich das ja auch als Titel drin habe. Bei Twitch sehe ich gerade. Wäre ein bisschen blöd gewesen. Ich habe ja heute auch das neue, den Stream von gestern hochgeladen bei YouTube. Natürlich erste Frage in den Kommentaren war wieder, woher ist der Unimog. Ist leider privat. Ich habe mich auch heute mal eingedeckt hier mit Ipalat Halspastellen. Also jetzt keine Werbung, nichts Bezahltes hier. Nur und Ricola Halsbonbons. Nur, wie gesagt, als Tipp für euch, wenn ihr mal Probleme habt. Die helfen mir eigentlich immer ganz gut, die Sachen. So, jetzt heißt das erst mal wieder ein bisschen warten, da er wieder gut laden muss jetzt. Dann können wir ein bisschen aufräumen. Nein. Ich glaube, das Spiel werde ich mir auch mal zulegen. Sieht sehr interessant aus. JCB, ich kann es wirklich, ich denke mal, es zocken ja viele, die auch den LS spielen, den auch den LS streamen. Das seht ihr ja selber auch. Wie gesagt, die Simo-Freund, also Henry und so weiter. Game Zobel. Wer weiß, ich weiß jetzt nicht wer sonst auf jeden Fall alles, aber es zocken ja auf jeden Fall auch viele, die LS zocken und so weiter. Und das macht einfach wirklich mega Spaß. Wenn du wirklich Spaß hast, an so ein bisschen komplexere Sachen, wo du ein bisschen nachdenken musst und so, ist ganz cool. Ich kann es auch sehr empfehlen. Ich habe schon viel gespielt. Markus, von dem müssen wir nicht reden. Du sammelst ja Spiele einfach nur, ohne sie zu spielen. Du hast ja dann nur zum Sammeln so gesehen, das mit den Spielen. Das ist ja alles. Das ist das Einzige. Das ist immer Ewigkeiten. Erstmal dauert mit dem Laden. Und was macht ihr alle morgen? Am großen Tag, wenn Silvester kommt. Wir sind noch gar nicht so richtig einig, was was da ansteht. Außer den LS, da sind es 1100 Stunden. Ich weiß gar nicht. Kann ich das beim... Kannst du bei mir sehen, wie viele Stunden ich habe im LS, Markus? Wir sind ja Freunde auf Steam. Kannst du das sehen bei mir? Chillen, JCB. Ja, ich denke mal, wir werden auch chillen. Aber wir sind noch nicht so richtig schlüssig. Ob wir nochmal zu Freunden gehen oder nicht. Oder ob wir zu Hause bleiben und chillen, weil es entspannt ist. Keine Ahnung. Ich kann es noch nicht echt noch ehrlich noch nicht sagen. Bock habe ich nicht so großartig, mich voll wieder zu betrinken. Das war die letzten Male zwei Weihnachtsfeiern genug für mich. Na ja, keine Ahnung. Mal schauen. Wesik, noch nicht. Markus, machst du heute keinen Stream oder was? Werde eine Runde Katar... Habe ich mir eine? Die Siedler von Katar haben wir uns letztens auch geholt. Wir werden, denke ich mal, auch ein bisschen Spieleabend machen. Kennst du Andor? Wenn du schon Katar spielst, kennst du das Gesellschaftsspiel Andor? Auch bombastisch. Also wirklich, wirklich sehr gut. Du hast den LS19 aber nicht über Steam. Also kann man es bei dir nicht... Ah, Mist. Kannst du den LS17 sehen? Wie viele Stunden ich da habe? Ah, kennst du nicht, JCB. Okay, schade. Es gibt viele geile Gesellschaftsspiele. LS17 hast du 698 Stunden. Okay, wo habe ich denn die meisten Stunden bei welchem Game? Bei Steam. Katar mit dem Seefahrer. Achso, nee. Wir haben das ganz normale Standard-Katar uns letztens erst geholt. Das ganz normale Standard-Katar. Ja, Monopoly haben wir uns noch mal neu geholt. Also ganz normale Standardsachen. Oder ganz normale Standard-Games. Aber ich zocke halt lieber halt auch so Games, so Gesellschaftsspiele, wo du ein bisschen nachdenken musst, weißt du? Zombie. Schönen guten Abend. Zu 6 macht das Spaß. Ja gut, zu 6 ist natürlich noch mal eine andere Hausnummer. Wir sind ja meistens dann zu zweit. Das ist natürlich noch mal was anderes. Aber mit 6 Leuten ist schon heftig. Auf jeden Fall. Das kann ich mir gut vorstellen. Da sind noch ein paar weniger Leute. So. Dann werden wir mal rein starten hier. Heute. Und unsere neue Ära in Train. Nee, nicht Train. In Transport Fever 2, meine Lieben. Und wollen wir mal schauen, was wir hier aufgebaut bekommen. Auf einem schweren Spielstand im Jahre 1950. Start. Ich werde die Zeit auch auf langsam machen, dass sie langsam fortschreitet. So langsam, wie es geht. Ich glaube 1 zu 4 ist das Langsamste. Und dann, ja. Geht's los. Am meisten hast du beim Steam im LS17, ja? Ja, okay. Sehr cool. So. Das heißt, wir werden jetzt hier mal und schauen uns jetzt erst mal die Map an, würde ich sagen. Okay, wir sind schon so hoch, wie es geht. Nochmal Bonn, Hagen, Mönchengladbach mal wieder. Trier ist auch dabei. Oldenburg, Aachen, Hamburg, Bielefeld, Köln, Wolfsburg, Ludwigshafen am Rhein, Mörs, Gelsenkirchen, Dresden, Ulm. Wir machen auch erst mal auf Pause hier. Leipzig hat man ja Bergisch, Gladbach haben wir noch, Lübeck, Nürnberg, Rostock, Düsseldorf, Koblenz, Magdeburg, Bochum, Karlsruhe, Bremerhaven, Würzburg, Bremen, Berlin, Erfurt, da haben wir auf jeden Fall ein paar Städte dabei. Tolles Silvester, aber Dienst bei der Feuerwehr. Fanfahrer deswegen, also ganz entspannt. Gar kein... Ich meine, der nächste Tag ist sowieso, wie der davor war. So, Göttingen, Stuttgart, jetzt müssen wir mal schauen. Wir schauen jetzt erst mal, was ist denn so bisher unsere größte Stadt? Wir haben Dresden schon mit 282. Ja, die haben eine Einwohnerziel von 237, haben plus 20 wegen Straßenverkehr schon so. Aber die wollen, die wollen halt, ähm, was wollen die? Die wollen Waren und Maschinen. Das ist halt erst mal ein bisschen, schwieriger. Waren und Maschinen. Was haben wir denn sonst noch so an Städten? Leipzig möchte Öl und Werkzeug. Dann haben wir Koblenz, die wollen Baumaterial und Werkzeug. Baumaterial und Werkzeug, das geht eigentlich. Das ist nicht so problematisch. Genauso wie Lebensmittel. Geht eigentlich auch erst mal. Lebensmittel und Baumaterial. Das wäre Bonn. Wo ist Bonn denn? Bonn haben wir hier, was ist im Umkreis? Da hätten wir, da hätten wir leider so direkt nichts. Das Land zwischen den Meeren. Ja genau, JCB. Fang mal, please im Bietelfeld an. Das ist bei mir in der Nähe. Ja, sehr cool. Sehr cool, mein Lieber. Ja, aber wie gesagt, ich schaue mir erst mal so raus, wo wir halt erst mal die kürzesten Strecken haben, wegen Investitionen, weißt du? Wo wir schon mal für Kleingeld viel, also für Kleingeld schon mal gut Geld machen können. Also hier haben wir leider jetzt nichts direkt mit Brot in der Nähe schon mal. Aber hier können wir auf jeden Fall schon mal Baumaterial herstellen. Das wäre jetzt nicht so extrem weit. So, dann hätten wir noch Koblenz. Wo ist Koblenz? Namen Dritter. Schönen guten Namen, mein Lieber. Koblenz wäre ich hier. Haben wir irgendwas direkt mit Werkzeug oder Baumaterial in der Nähe? Hm. Wir fangen halt erst mal Personenverkehr an, aber das würde uns jetzt auch nicht das Ding bringen. Dann haben wir hier Maschinen und Brot. Aber wir schauen jetzt erst mal mal. Magdeburg, Erfurt. Ja, Ritter, so weit, so weit, so gut. Und du selber? Selber? Auch gut überstanden. Guck mal, hier können wir Baumaterial so herstellen. Nur mit Stein. Guck mal, hier haben wir einmal Stein, Stein, Stein. Dann machen wir erst mal Baumaterial nach Darmstadt, würde ich sagen. Stuttgart braucht kein Baumaterial. Machen wir erst mal Baumaterial als Darmstadt. Darmstadt hat erst mal Baumaterial von 32. Dann können wir vielleicht eine Verbindung von Darmstadt nach... Verbindung von Darmstadt nach... Personenverbindung vielleicht nach Göttingen machen, oder so? Oder nach Stuttgart. Irgendwie sowas in die Richtung, würde ich erst mal vorschlagen. Starten wir erst mal damit. Dann machen wir erst mal Baumaterial für Darmstadt, würde ich sagen. Wir starten damit. Vollgegessen, aber gut. Ich muss auch leider schon wieder los. Schönen Abend euch. Alles klar. Guten Rutsch-Karjenner dir auch. Und schön, dass du da warst. Ja, das ist immer so. Das ist immer so, Ritter. Aber was wird sie machen? So, dann werden wir mit LKWs, glaube ich, hier das Ganze erst mal realisieren. Auf jeden Fall schon mal von hier nach da. Das ist ja nicht so weit. So. Das heißt, LKW-Stationen. Die werden wir erst mal hier hinsetzen. Terminals. Machen wir erst mal noch ein bisschen Cargo auf jeden Fall dran. Dann bauen wir auch erst mal nur eine Seite aus. So, mehr Geld können wir sparen. So. So, einmal hier hin. Brauchen wir auch eine LKW-Station. Die würde ich, glaube ich, dahinter bauen. Ja, dahinter. Morgen, kommt heute noch LS? Jan LS, heute wird kein LS kommen. Nein. Heute ist nur Transport Fever. Heute nur ganz entspannt, Transport Fever. Kein LS, leider. Kein LS, wo gibt es das denn? Bei dir. Du machst doch bestimmt heute noch, oder nicht? Gibt es heute bei dir keinen Stream mehr? Flamix, machst du heute nichts? So, machen wir erst mal hier eine klare Verbindung. 100 oder 80. Machen wir erst mal 80 kmh Strecke. So, dann da, dann einer von hier. Ist das so ein riesen Höhenunterschied, oder was? So. 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 dann werden wir nämlich erst noch von der einen von der einen von dem steinbruch nur noch hier liefern damit wenn ich das gleiche problem haben wie gestern Ihr macht das gerne markus und sei hier aktiv wie gesagt dafür dann morgen 24 stunden hat es hat es gesagt oder ja stimmt genau heute 24 stunden stream nein Ne bevor hier in 24 stunden passiert muss schon einiges passieren leute Ok flammex ja sag mir bescheid wenn ich dir helfen kann so machen wir mal bei stuttgart würde ich sagen Erstmal hier schon mal Wir können ja eigentlich auch hier hin machen Ein fahrzeugdepot Ich höre bescheid danke für dein angebot man sie ja wie gesagt kennt kein ding Markus aber hast du die bürken fällt hast du gesehen was polo rausgehauen hat die bilder und bei uns im discord Also sieh auch schon wieder bombastisch aus was polo dann basteln ist aber Ja Schwierig ne So wir machen erstmal hier eine linie fertig Von hier Nach hier 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 nehmt ihr natürlich Stuttgart anbau Nehmt ihr Die 1 Und ladet natürlich hier voll Der Hof einfach mega auf jeden Fall Ja das ist das problem das ist das gleiche problem bei mir Es ist mittlerweile halt auch so überflutet weißt du mit geilen maps einfach Und es ist echt halt ein ja echt ein problem mittlerweile schon geworden ne Also da Sich zu entscheiden was man denn zockt oder was nicht ne So das nennen wir Stuttgart Stuttgart Stein Zu Baumaterial Klug Monster auf Lager Haben aber Nein 24 Stunden Halte auch nicht mehr durch den Beruf Ja 24 Stunden zu zocken ey Leute Das wäre für mich Tödlich Leute Das würde ich nicht schaffen So Was brauchen wir für eine Rate Wir machen erstmal drei Fahrzeuge Würde ich sagen Auf die auf die Linie So mal gucken Für Stein So Oh nein Oh nein Nehmen wir den hier Nehmen wir drei Stück davon Schicken die auf die Strecke hier So dann können wir schon mal Na unsere erste Linie fertig Mal gucken was wir da jetzt gleich für eine Rate haben Was wir da verdienen Rate von 88 Die sehen auch nice aus die kleinen Fahrzeugchen hier oder Ich mach wahrscheinlich im neuen Jahr Irgendwann in 24 Stunden LS zu tun Boah Man fängt auf einer an Und am nächsten Tag Bekommen Ja das ist das auch Das Problem für einen Fahrer Du fängst echt auf einer Map an Und am nächsten Tag Hast du schon eine Map Kommt wieder eine neue Map raus Die wieder Ach wo du wieder denkst Junge 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 Weißt was ich mein Das ist halt echt schwer geworden Oder du musst halt wirklich so ein Fanboy sein Oder dich einfach sagen Gut Feierabend Oder du musst den Mapper kennen Oder keine Ahnung was Und sagen hier Ne ich nehm nur das Und gut ist Weißt du So Hier ist momentan eine Abnahme Na Darmstadt Von 32 Wär dann hier ne Abnahme Das heißt wir bauen jetzt hier auch schon mal ne Schnellstraße Nach Darmstadt So Wir müssen aber hier noch ne Anbindung machen Und Und das hier noch ein bisschen Schöner konfigurieren Was ist neu bei den Sportfever 2 Blackbeast Ich hab den Sportfever 1 nie gespielt Deswegen kann ich leider nicht sagen was da neu ist Mein Lieber Sorry dafür Aber es gibt ein gutes Ein gutes Sehr gutes YouTube Video von Steinwalen Wenn du dir das mal anschauen willst Das ist ein YouTuber Wirklich sehr gut Der hat erklärt alles was Der Unterschied ist Und was neu ist Zum Transportfever 1 Und so weiter Und was sich alles verändert hat Und so weiter Steinwalen Einfach mal eingeben Stein Und dann Walen Walen Steinwalen Pete 78 Schön guten Abend Vielen Dank fürs Followen Herzlich Willkommen Schön guten Abend Moin Pete Schön dass du eingeschaltet hast So Dann machen wir hier ein Street Assess raus Wo wir dann die Schnellstraße anschließen Richtung Was war das jetzt? Richtung Darmstadt So ging es mir mit der Rade Gerade ne tolle Karte gespielt Und dann gewechselt Das ist das Problem Weißt du Und du kannst das Ja was willst du machen Weißt du Gehen wir da drum herum Schließen wir hier an An die Straße Und bauen die einfach weiter aus Für nun der besten Art und Weise So Guten Abend Pfehl Schönen guten Abend Mein Lieber So Die können wir uns dann eigentlich sparen Die Straße hier Ist jetzt immer noch damit verbunden Ja das passt Okay Jetzt müssen wir hier Eine Assess einrichten Ich spiele nun beide im Wechsel Welche zockst du denn jetzt? Die Rade und welche Welchen Map noch? Auf welchem Map bist du sonst noch unterwegs? So dann schauen wir mal Wo brauchen wir Wo brauchen wir Äh Baumaterial hier vorne Wenn wir da mal Wenn wir da mal Baumaterial hin liefern Machen wir mal ein Truck Unload Stop Am besten hier auf der Straßenseite So Und dann schließen wir Hier schon mal wieder eine Straße rüber Damit die hier im Kreis fahren können Und wir werden die Straße hier natürlich als Stadtstraße machen So Schöner, ne? So Ist natürlich schon eine Schon eine gute Strecke Hätten wir schon fast einen Zug machen können Aber ein Zug Ist erstmal noch ziemlich teuer Wisst ihr? Ein Zug ist erstmal noch recht teuer Wir versuchen es jetzt erstmal mit LKWs zu realisieren Von hier Nach Da Da auf jeden Fall vollladen Genau Das Depot nehmen Und dann auch hier hinten Genau Das nennen wir dann Stuttgart Stuttgart Doppelpunkt Baumat Nach Was war das jetzt? Darmstadt, ne? War doch Darmstadt, oder? Jaja Darmstadt So, kurz Frage Wie viele Bildschirme hast du da? Blackbees, ich habe vier Bildschirme Einen hier Einen da Einen da Und einen nochmal hier rechts Den ihr noch nicht Den ihr nicht seht So, haben wir die Linie auch fertig Und dafür kaufen wir dann jetzt Vielleicht mal ein paar mehr LKWs Wie schnell fahren die? Die fahren alle 60, ne? Oh, ich wollte die Zeit auf jeden Fall Auf 1 zu 4 machen Damit wir nicht zu schnell Fortschreiten Ähm, jetzt brauchen wir LKW Der Brauchen wir LKWs Die Baumaterial fahren Nehmen wir auch die gelben Oder nehmen wir die? Die schaffen auf jeden Fall mehr 16 Tonnen Nehmen wir, glaube ich, die Für die längere Strecke Und nehmen da vielleicht mal 6 Und die fahren dann Stuttgarter Die Strecke So Ist das entspannter zum Streamen Oder gehen auch 2 nur? Ähm Es ist auf jeden Fall Sagen wir mal Entspannter Um alles zu überblicken Ich habe ja sowieso Nochmal ein ganz anderes Setup Als jemand Der jetzt einfach Ähm Sagen wir mal Normal Äh Zockt Oder Streamt Ich habe ja nochmal Ein Streaming PC Dafür brauche ich ja sowieso Einen separaten Bildschirm Und Klar ist es halt schön Ne Dass du Auf vielen Bildschirmen Das alles aufteilen kannst Ich habe jetzt zum Beispiel Rechts einmal nochmal den Stream Ne Dass ich Also das Overlay von Twitch Dann habe ich daneben den Chat Hier habe ich jetzt Tippi Also hier das ist Tippi Was ihr hier seht Ne Hier habe ich jetzt nichts Hier könnte ich mir jetzt auch noch Ein Fenster hin machen Aber habe ich jetzt Brauche ich momentan nicht Da mache ich Da mache ich manchmal Je nachdem Fußball an Wenn jetzt noch irgendwas ist Ja hier ist das Spiel Hier oben Rechts ist halt Das seht ihr nicht Ist halt auch nochmal Twitch Über den Stream PC Und dann habe ich auf der linken Seite Hier Was ihr seht Ist halt dann nochmal OBS Ne Und ähm Das ist halt so auf jeden Fall Sehr entspannt Weißt du Riesenbeck und Rade Huh Okay Na gut Dritter Da hast du was zu tun So jetzt wollen wir mal schauen Wie kommen die denn hier hinterher Mit den Steinen Ist hier Viertstein Was haben wir da momentan Für eine Rate Eine 101er Rate Könnten wir vielleicht dann noch Zwei LKWs Dazu Zunehmen Zwei Und die auch auf die Rate Auf die Strecke schicken Streamst du über OBS Studio Oder Streamlabs Über Studio OBS Studio Ne Streamlabs Ähm War mir zu blöd Ich benutze ja sowieso nicht Streamlabs Sondern Tippi Von daher Ist das für mich so gesehen Entspannterweise So die nehmen jetzt Wie viel ab Die nehmen jetzt 32 ab Das wird jetzt auf jeden Fall Demnächst gleich auch schon wachsen Sobald wir ein bisschen Baumaterial Hinbringen Jetzt würde ich nur vielleicht Eine Verbindung vielleicht schon Von Stadt zu Stadt machen Weil die würde ich dann Als nächstes vielleicht Zwischen Darmstadt Göttingen Göttingen Wie groß ist denn Göttingen Patrick Ehemann 1 Vielen Dank fürs Follower Herzlich Willkommen Schönen guten Abend Vielen, vielen, vielen Dank Mein Lieber Für deinen Support Welche Stadt hatten wir da Göttingen Wie groß ist Göttingen denn Wie groß ist denn Göttingen Ist momentan 144 Einwohner Aber Göttingen Wäre auf jeden Fall Wäre auf jeden Fall So gesehen Mit Die beste Ähm Möglichkeit Wäre auf jeden Fall So die beste Möglichkeit Okay Ich wollte hier OBS Studio streamen Hast du einen Tipp für mich Also OBS Studio Ist eigentlich so gesehen Das Beste Weil du am Freis Also Einfach frei bist Mit allem was du machen möchtest Weißt du Du bist nicht an Streamlabs Gebunden oder sonst was Du kannst hier halt wirklich Alles nehmen und alles einbauen Bei OBS Studio Aber du musst das halt kapieren Und Du musst halt natürlich Ähm Auch wissen was du da einstellst Das dauert wirklich Ein paar Monate Bis du weißt Wie du wirklich Deine besten Stream Einstellungen hast Bis du weißt Wie du das machst Und so weiter Ähm Aber wie gesagt Das ist auch kein Thema Es gibt dafür So viele YouTube Videos Oder sonst was Aber ich würde dir halt Auf jeden Fall empfehlen Das so zu machen Über OBS Studio Alles andere Wäre Im Endeffekt Jetzt Nicht so Schwierig Im Endeffekt Genau Und du hast Updates Natürlich von OBS Als erstes Das ist halt auch klar So Die machen auf jeden Fall Gewinn Das ist sehr gut So Genau Wir wollten jetzt Entweder nach Göttingen Oder Stuttgart Stuttgart Ich würde sagen Wir gehen nach Göttingen Genau OBS Studio Ist eigentlich Bombastisch Und du hast so viele Möglichkeiten Einfach Mit OBS Studio Wir machen die Verbindung Von Darmstadt Nach Göttingen Würde ich sagen Dann machen wir nämlich Den Bahnhof Kopfbahnhof Machen wir Den Kopfbahnhof Hier rein glaube ich Hier rein Können wir hier Rum Richtung Göttingen So wie schaut es aus Mit dem Baumaterial Genau 32 haben wir jetzt Maximum Der ist gleich voll Kann dann schon mal abhauen Was wollen wir jetzt Momentan für eine Rate 190er Rate Was passt Dann machen wir die Verbindung Nämlich Machen wir hier Kopfbahnhof hin Weil die nehmen momentan Halt nur 32 ab Das habe ich gestern Alles gelernt Machen wir hier Kopfbahnhof hin Würde ich sagen Erstmal einen kleinen Ganz kleinen Kopfbahnhof Ganz entspannten Kleinen Kopfbahnhof Nicht so komplett Ausrasten wie gestern 160 Hochgeschwindigkeitsgleichs Machen wir noch nicht Wir machen Standard Oberleitung Machen wir schon mal 160 Meter lang Das passt Können wir immer noch Erweitern nachher Der kommt dann Der kommt hier hin Dann machen wir einen kleinen Busverkehr Schon mal Und so Dann machen wir vorher mal erst die Straßenverbindung Jetzt bauen die da schon Eine Straße Weißt du Die wollen mich doch echt Verarschen Die Straße ist blöd Hier Leute Hier soll jetzt noch Kurz der Busbahnhof Hinkommen Ein Bus Und zwar so Genau Erstmal kein Trammgleis So Einmal da Einmal da Einmal da Einmal da Das reicht Dann machen Street Das heißt Hier hinten Moin Benny Schönen guten Abend Ich kann dir sagen Dass Göttin kein Güterbahnhof hat Das wird alles In Nordheim Oder Einbeck Umgeladen Ah ok Ich spiele jetzt Dann wieder Bei Ich spiele dann wieder Ich spiele jetzt Dann wieder die Birkenfeld Ok Flamax Warum spielt es Jetzt wieder die Birkenfeld Ach herrje Was ist das denn Ok das reißt Noch kurz hier weg Weg Pause machen schnell Bevor die wieder Eine Straße Dahin bauen So Konfigurieren Weil dann nehmen Ich den wieder weg Und mache normalen Straßen Und Schluss dahin Dann machen wir Ich hier auch Normalen Abgang Das ist doch Mist Nee Dann lassen wir es so Da muss es so bleiben Ich spiele es heute noch LS Nee LS wird heute Leider nicht kommen Meine Lieben Heute wird kein LS kommen Heute möchte ich Ganz entspannt Einfach mal Sportfieber zocken Was haben wir denn Hier für einen Unterschied Ganz entspannt Einfach mal Sportfieber Meine Lieben Müssen wir hier Erstmal glätten Ein bisschen Nur nicht zu teuer Weil so viel Geld Haben wir nicht Wo kriegen wir denn Hier vernünftigen Anschluss hin Das sieht Nicht schön aus Machen wir erstmal so So Der Berg ist in Ordnung Das ist nicht so schlimm Das ist in Ordnung Das passt Spielt Nee achso ja Hatten wir ja gerade schon Ist ja Ah ist deine Heimat Fanfall Ah okay Sehr cool Keine Ahnung Finde ich die Map Einfach gut Einfach gut Vor allem Single Ja das ist halt so Ist halt einfach Schön Die Birkenfeld Ne Oh guck mal Hier wäre schon ein LKW Unterwegs gewesen Mit Baumaterial Wir machen mal kurz Hier einen Busstopp rein Ein paar Bushaltestellen Am besten ist Dass wir irgendwie Im Kreis fahren können So Und dann so Eine Acht Das heißt Wir machen hier mal kurz Eine Verbindung So Gebäude Bushaltestelle Das heißt Wir machen Mal hier eine Beiden Seiten Hier eine Reisen wir die wieder weg Alle Bullen Schweine Was ist jetzt los Warum kann ich denn da Warum kann ich denn Auf Der Seite Jetzt nichts bauen Geht gar nicht Auf der Seite Dann machen wir die Hier hin Hier unten noch eine Hier oben Und hier direkt auch eine Dann haben wir eigentlich Alles soweit abgedeckt SHS Schönen guten Abend Mein Lieber Heimek hat seit diesem Jahr Auch wieder eine Bahnverbindung Ja sehr cool Ja Heinzberg Auch seit Seit Ja schon jetzt Ein bisschen länger Ja machen wir mal eine Linie Das heißt da Neue Linie Einmal von hier Dann Wie machen wir das jetzt So So Nach da Da Nach da Da Nach da Und dann dahin Eigentlich Dann machen wir das Nämlich Darmstab abzweigen Auf Tram Auf Der Zwei Ne Dann Dann machen wir noch hier Eine Bushaltestelle So Bullen Schweine Bullen Schweine So Dann müssen wir Machen wir eben kurz Das ist Darmstadt Darmstadt Bus So Dann machen wir aber noch kurz Hier einen Wegpunkt Dass Nämlich Hier Rausfahren Soll Warum dreht der sich denn jetzt da Das ist Wir machen nochmal hier neu die Strecke Das gefällt mir noch nicht Der soll vernünftig im Kreis fahren Ah ok Alles klar Ein fahrer Also Von hier Machen wir die Zwei Dann hier lang Dann dahin Dann dahin Und Dahin Dann dahin Dann dahin Dann wieder dahin Und dann dahin Jetzt haben wir die zweimal Das ist nicht schlimm Weil das Stadtmitte ist So gesehen Kann man ruhig zweimal bedienen Ok das passt Dann nehmen wir da erstmal Drei Busse Das sollte eigentlich reichen Für Darmstadt Kaufen wir mal drei Busse Fahrzeuge kaufen Passagiere Oh was ist das für ein Bus Sechzig Twin Coach 14 Personen 12 Personen Aber das sind halt amerikanische Sieht ein bisschen Es ist Sowjetunion Okay Stadtbusse in der Sowjetunion Amerikanischer Fahrzeughersteller In Kent Ohio Bis 1955 nur Saure Hauben Fahrergestellt Zwei Mit Karosserieaufbau Der Firma Tischer Nehmen wir die Zehn Passagiere Nehmen wir da drei Stück von Und schicken die auf Darmstadt Bus So Lassen wir schon mal weiterlaufen Mit dem 32 Wir müssen gucken Dass wir jetzt hier höher kommen Ok der fährt Höchstgeschwindigkeit 60 So Ok Jetzt machen wir nämlich Eine Bahnverbindung Schon mal Von hier nach Göttingen Das heißt Hier machen wir auch Einen Kopfbahnhof hin Dafür machen wir dann Hier eine Straße Hier einmal Quer rüber Hier ein Riesen Unterschied Ja Das können wir gleich anpassen Machen wir das Stück Hier auch schon mal so Direkt auf Pause machen Die versuchen nämlich Direkt wieder hier anzuschließen Werkzeuggröße und Stärke Ist halt immer gut teuer Hier sowas anzupassen So Dann bauen wir hier nämlich auch Einen Bahnhof Das ist eine Quizshow ist Das können wir nachher anpassen Also das passt Bauen wir hier nämlich auch Dreck Bus Bus Station Jetzt haben wir den jetzt hier für den Hörnerunterschied Das können wir auch so machen Machen wir das lieber so Können mich dann da hinten wieder rausfahren mit den Bussen Gucken wir mal ob wir da noch ne Kriegen wir auf jeden Fall noch dran Und dann den Street Assess Zack Perfekt So Dann werden wir hier auch mal in Göttingen Eine Buslinie einrichten Das heißt wir werden am besten Da auch schon mal eine Straße ziehen Und hier auch schon eine Straße quer So Dann bauen wir jetzt da auch schon mal Ein paar Bushaltestellen Der kommt hier unten Kommt ihr hier oben raus Dann fährt er Vielleicht erstmal hier runter Dann machen wir mal die Buslinie Für Göttingen Das heißt wir starten hier Fahren nach da Aber andersrum Das heißt Die zwei So Dahin Genau Dann hier lang Dann da lang Dann da lang Da Okay Speichern Da Dann hier Dann hier Okay So passt es So haben wir da auch alles erfüllt Das ist dann Göttingen war das ne Göttingen Bus Oben Olé So Dann kaufen wir dafür auch schon mal ein paar Busse Drei Stück sollten auch erstmal reichen Machen wir die gleichen Machen wir bei einer anderen Farbe Machen wir die irgendwie hier so ein dunkelgrün Gucken wie sieht das aus das dunkel Ja das ist in Ordnung So Jetzt geht es eigentlich schon an die Zugverbindung Am besten eigentlich hier entlang Und dann an der Brücke rüber Ne Und dann hier rum Und dann da hinten hin So Brücke können wir später immer noch austauschen Wenn wir Geld haben Und ich baue die erstmal ganz einfach rüber Mehr mache ich da gar nicht Hört auch scheiße aus hier ne Kacke aus Das können wir mal nachher Das können wir nachher bearbeiten So Machen wir schon mal die erste Strecke So weit fertig Wo wir schon mal Personenverkehr hin und her schicken können Oh guck mal Unser erster LKW da mit Baumaterial Sehr gut Man schicken machen wir schon mal eine Linie fertig Von Hier Von Darmstadt Nach Göttingen Personenverkehr Das wäre dann Personen Zug Göttingen Darmstadt Darmstadt So Haben wir das doch auch schon mal fertig Unsere Busse sind unterwegs Nach Darmstadt auf jeden Fall Ach nach Göttingen meine ich Darmstadt Und hier die Busse Sind noch nicht angekommen Sie müssten aber eigentlich auch auf dem Weg sein Ne Da sind die Busse unterwegs Okay Baumaterial Da haben wir momentan noch nicht mehr als 32 Aber die stehen Okay Das heißt wir bauen dann auch schon mal direkt Wo baue ich jetzt am besten Zugverbindung Wo machen wir die Wo bauen wir das Zugdepot Bauen wir mal hier in der Nähe So So Da machen wir dann schon mal ein Signal hin Alles klärchen Ja okay Markus So Gucken wir mal Wen schicken wir denn da für den Zug auf die Strecke Da sind wir eigentlich schon drüber hinaus Die werden ja Wir sehen uns neue 50er Elektrische 7 Millionen 11 Millionen 13 Millionen 8 Millionen 6 Millionen Diese kostet uns 5 Millionen Aber das sind eher so Güterloks So Dann haben wir hier Triebwagen 2 Millionen Mit 20 Kapazität Triebwagen Diesel Hätten wir auch was 52 69 Roter Pfeil Dieser Schnellzug Waren waren Schweizweit verbreitet Ich bin überlegen Ich bin überlegen Ob wir vielleicht 2 von denen nehmen Dann hätten wir 40er Kapazität Fährt 125 Der kann zwar nur Maximal 120 fahren Auf den Gleisen Aber wenn wir jetzt Eine elektrische nehmen Sind wir allein mit der Lok Schon teurer Als mit dem Triebwagen Nehmen wir hier von 2 Kapazität von 40 Und dann könnten wir später Wenn wir noch Wenn es sich auszahlt Noch einen zweiten dran machen Andere Farbe Ne wir lassen den Wir lassen den roten Pfeil Da heißt der roter Pfeil Den lassen wir so Na kommen sie mal raus da bitte Zeigen sie sich Fahren wir doch mal mit Gucken wir mal Ob wir die 125 Überall hinbekommen Oder vielmehr gesagt 120 Auf den Gleisen Schafft man ja leider Nicht schneller Aber ich wollte erstmal Wie gesagt So günstig wie möglich Erstmal alles Nicht so wie gestern Komplett ausrasten Und dann erstmal Komplett pleite sein Müssen jetzt erstmal schauen Dass wir wirklich da Ähm Mehr Anforderungen bringen Also Dass die ein bisschen Mehr brauchen Weiße Die Städte Dass die mehr anfordern An Baumaterial Was wir jetzt da Am hin und her fahren sind Dass wir da gut Geltend machen Dann können wir die Raten Da höher machen Und so weiter Dann kommen wir 119 120 Das kriegen wir doch hin Streaming for fun Schönen guten abends So wie gesagt Die Busse Sind die jetzt mittlerweile Hier Ja Jetzt muss ich das Natürlich erstmal Alles einpendeln Die müssen jetzt erstmal Wissen Oh okay Da fährt jetzt Ein Zug Zwischen Göttingen und Darmstadt Das muss ich jetzt Erstmal einpendeln Da müssen erst Erstmal die Leute Bescheiden wissen Guck hier Hier wartet schon Hier warten schon Fünf Leute Schon neun Leute Keine eigene Praxis Junge Da kommen immer mehr Leute Seht ihr Ein komplett voller Bus Oh da kommt der Zug Schon Ach er ist schon unterwegs Zehn Leuten Mal gucken was wir jetzt Dafür bekommen Für zehn Leute Aber 120 Schafft er Eigentlich auch Der ganzen Strecke Durchgehen Ne Das sieht doch Schon mal gut aus Lord zombie Was ist los mit dir Kollege Schon wieder Neu 146.000 So 19 Leute Jetzt schon Warum machst du dir So viele Cones Lord zombie So Monster leer Guck mal Da seht ihr sogar Die Leute Drinsitzen Mal gucken Ich will jetzt schon Für die Hälfte Für 19 Leute Bekommen wie viel Geld 297.000 Jetzt guck mal 28 schon So jetzt müssen wir mal Abwarten Das wird sich jetzt Denkmal Von mal zu mal Wird sich das jetzt Besser Guck hier Göttingen Macht der Bus Jetzt auch so langsam Gewinn Das macht auch so langsam Der Zug Der wird auch Bald Gewinn machen So Guck mal Jetzt haben wir schon Auf 57 Das Baumaterial Erhöht Das heißt Die machen Die produzieren Schon 57 Dann geht das Jetzt auch schon So langsam Schneller Steinhauer Montane Rate 94 Das geht jetzt hier Aber von mal zu mal Höher 25 Leute Die hier schon warten Nicht mein Problem Mein Problem Mein Problem Sehr gut die Musik Problem Kommen schon fast voll mit 37 Die kriegen fast eine halbe Million Jetzt 30 Leute Ja guck mal Sehr gut 62 Ja so langsam steigt Ja so langsam steigt Und wenn wir nicht hier Mehr Geld machen Bushalterstellen sind auch nicht zu sehr ausgelastet Das passt eigentlich alles 13 Leute Wie viel warten hier 15 Das passt aber So Servus heute nicht am Ackern Beda Servus Schönen guten Abend Ne heute nicht Heute kommt kein LS Heute machen wir mal schön hier entspannt Ein bisschen Transport Fever So Jetzt bin ich gerade am überlegen 31 Leute warten hier schon Jetzt bin ich gerade am überlegen Ob wir Vielleicht schon ein bisschen Kredit zurückzahlen Wir zahlen einfach mal so viel zurück wie wir können Dann haben wir weniger Zinsen im Monat Und dann sehen wir auch wie viel Geld wir wirklich machen Neun Leute am warten Sehr gut Geht schon 69 hoch Ja alles gut Hier haben wir auf 1 zu 4 genau Auch nicht zu schnell geht Hier stehen jetzt auch wieder 35 Leute mittlerweile Ich mach's da auch mal Richtung raus aus den Schulden Nicht immer rein in die Schulden Ja so muss es doch sein 47 Leute Guck mal Jetzt können doch nicht mal alle mit Zug ist voll Jetzt gucken wir mal was wir für einen vollen Zug bekommen Also wie gesagt Das ist ein ganz entspanntes Spiel Es wird später wird es auf jeden Fall Sehr anspruchsvoll Wenn man viele Strecken Und viele Ähm Ähm Linien hat und so weiter Und Zugverkehr und so weiter Aber momentan Jetzt am Anfang muss man Erstmal aufpassen Dass man sich nicht weiter verschuldet Das ist das Wichtigste Ja Ja Dann Ja Hau raus damit Mein Lieber So Mal gucken was Was wir jetzt dafür bekommen Na guck mal 627.000 für einen vollen Zug bekommen Sehr gut 37 Und sobald wir die Leute Alle nicht mehr transportiert bekommen Können wir sagen Können wir anfangen Können wir anfangen Äh Noch einen Zug dran Also also noch ein Noch einen Waggon dran zu machen Damit wir noch mehr Geld bekommen Ne Ich kann Sparen Heißt ja nicht Matze Ja genau 34 Immer mehr Bushaltestellen sind auch Nicht überlastet Das passt Die Busse schaffen das Eigentlich so weit Kommt wieder ein voller Bus Oder was Ne Eine Person Oh wieder fast voll Sehr gut Das passt doch ganz gut Eigentlich Nehmen wir jetzt 22 Leute Baumaterial ist auf 69 Das muss auf jeden Fall Noch ein bisschen mehr steigen Damit wir hier Über diese 80 kommen Damit das Sich ausbaut Und mehr Stein fordert Von hier Das heißt Wir müssten mal gucken Stuttgart da jetzt Anzuschließen Würde ich jetzt noch nicht Unbedingt machen wollen 35 Leute Ich würde sagen Wir warten mal Bis bis es von alleine Über die Auf die 80% Kommen Das ist halt Die Frage Wie viele haben wir 35 Leute Okay Was haben wir denn bei Göttingen eigentlich 124er Einwohner Ziel Wollen wir noch versuchen Stuttgart anzubinden Macht das Sinn Ja Markus Da sagst du was Mods zusammensuchen Da kannst du dir auch Tod suchen Aber wir können natürlich Auch von Göttingen aus Noch was anderes anbinden Aber wir haben da jetzt Auch nichts direkt In der Nähe Stuttgart Das wäre genauso weit Oh 72 Okay Das steigt auf jeden Fall Sehr gut Hier müssen wir über die 80 Kommen Dann kommen wir Aufs nächste Nächste Level Dann brauchen wir nämlich Nicht nur 100 Steine Sondern 200 Dann können wir hier Auch besser versenden Bin halt nur Überlegen Wollen wir Stuttgart Auch noch anbinden Wollen wir Stuttgart Auch noch anbinden Wollen wir Stuttgart nach Göttingen Anbinden Und können wir über Stuttgart Göttingen Nach Darmstadt Also können Und die Darmstadt Über Göttingen Nach Stuttgart Könnten wir machen Oder Not bad, not bad. Wie schaut's denn aus? Brauchen über 80 noch immer 72. Matze, ab geht's. Tanz ein bisschen. Heute wird nicht getanzt, mein Lieber. Ich glaube, ich werde Stuttgart mit Göttingen noch verbinden. Ich glaube, ich werde Stuttgart noch mit Göttingen verbinden. Das heißt, ich müsste da einen Kopfbahnhof und hier vor an die Brücke. Weil ich will nicht eine eigene Brücke noch hier rüber bauen. Wäre, glaube ich, sinnig, oder? Was sagt ihr, Leute? Wollen wir Stuttgart noch anbinden? Auch über einen Personenzug? Hier entlang? Hier drauf? Und dann auch hier hin? Was meint ihr? Ja, Jojo-Biene? Wäre, glaube ich, nicht verkehrt, oder? Wie viele? 29? Das ist eigentlich eine Linie, die gut Geld macht. Die einzige ist jetzt der Bus Göttingen. Die machen Miese momentan. Was haben die denn für eine Rate? Achten, ja, jetzt machen sie gerade Plus. Okay. Machen wir das, würde ich sagen. Was hat mich sieht. Ich muss mal zeigen, wie man sich verdient hat. So viel Mittelfinger, wie ich zeigen kann. Ja, nicht so viel kassen, wie ich kotzen will. Ich zeigen will. Mittelfinger. Mittelfinger. Finger. Mittelfinger. Nichts. Arbeit. Woh! Nichts. 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 Fotos. Wenn. Ja. mit dem finger wie ich zeigen kann so viel machen wir auch eine busstation natürlich so viel mit dem finger wie ich zeigen hat sie nein böse dank ist halt einfach coole musik weiße so machen wir hier auch direkt mal bus verbindung mit dem finger wie ich zeigen will wenn man nicht so viel kostet wie ich kotzen will fahren wir einfach hier lang dann einmal hier hier hoch hierhin dann hier und dann machen wir hier und dann haben wir einmal einmal hier in die richtung so eine linie stuttgart neue linie hier welches natürlich natürlich hier da 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 so perfekt stuttgart bus naja was soll ich denn machen für das ist mir doch relativ das weißt du doch ganz genau das weißt du doch mein lieber da mache ich mir nichts draus wenn du da irgendwas drauf gibst brauchst gar nicht streamen oder sonst was so machen wir auch erstmal drei busse machen wir die mal nicht genug geld okay machen wir erstmal zwei busse machen wir die mal in der farbe braun und schicken die nach stuttgart bus ab dafür so muss man auch die zug verbindung machen auf jeden fall ach das weiß ich doch ist ja so mein lieber ist ja so wenn man sich da den kopf drum macht du kannst sowieso nicht jedem gefallen mein lieber so ist das im leben so machen wir hier auch mal gleich direkt ein zweites gleis wir haben jetzt wieder ein bisschen klein geld auf tash so 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 passengers so machen wir hier auch mal ein dach drüber so So, dann bauen wir mal eine Strecke. Zum Glück ist mir nichts peinlich, also ist es für mich eher weniger schlimm. Deswegen, mir ist auch nichts peinlich. Man ist so, wie man ist, mein Lieber. Ach so, wir sind am Speichern wieder. Deswegen geht da nichts, nicht viel gerade. Erstmal parallel. Einmal hier rüber. Jetzt gleich ist es erstmal pleite. Und dann will ich hier einmal abbiegen. Aber können wir uns erstmal nicht leisten. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal abwarten. Die Pyramiden. So, wie schaut es denn eigentlich aus? 72 haben wir noch. Da war es häufig doch gleich, dass wir mit unserem, was wir jetzt dann hier machen, höher kommen. Oder besser auskommen. Ein Bus in Stuttgart angekommen? Nee, oh. Sehr gut. Angetan. Alter, was ist denn hier los? 15 Leute. Weg. Wie schaut es denn eigentlich aus? So, verkehrsmäßig. Ihm gefällt. Geschwindigkeitslimits, Güter, Stationen. Ist nichts überlastet. Okay, passt alles. Dietmarschen Gaming, mein Lieber. Vielen Dank fürs Follow. Und herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Freut mich. Herzlich willkommen. Wenn in der Zeitung steht, tut es dir leid, doch dann ist es zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Warum haben wir hier kein Dach? Hallo? Warum haben wir im letzten, letzten Stück kein Dach? Kostet ja nichts. Noch ein Dach drauf. Hallo? Vielleicht bist du ja schneller mit dem Bahnhof-Ausbau-Institut. Das kann gut sein, Streaming-For-Fun. Wollen wir doch mal hoffen, dass ich schneller bin. Äh. Aber wieder kein Geld. Müssen warten. Ich möchte nämlich ungern jetzt wieder weiter Kredit aufnehmen. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Wo ist denn eigentlich unser... Aber da ist unser Schnellzug. 28 Leute. Da ist ein kleiner Hubbel drin, ne? An der Stelle. So. Kurz Pause. Und gehen mal... Bauen mal weiter. Solange wir Geld haben, bauen wir schnell weiter. So. Das kann man, glaube ich, so machen, ne? earth Berlin City Girl. Berlin City Girl. Hier ist eine Berlin City Girl. 100 reicht mir. 100 ist okay. Ich habe nicht gehört. Was ist denn da hinten hin? Oh, machen wir weiter hier. Habt ihr den gehört? Boom. Irgendwie ein Düsenjet hier vorbei. Hier ist ein Berlin City Girl. Hier ist ein Berlin City Girl. So, 72. Dann müssen wir echt über die 80 kommen. Formel 1 wagen dazu. Ist so. Wie schaut's hier eigentlich auch mit der Wartezeit? Na, die warten hier schon noch ein bisschen. Und die auch. Bookfans. So, wir haben wieder Geld. 140.000. Malen City Girl. Malen City Girl. Boop, 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 boop. So, hier ist das Problem. Der wird die abwest absolut absolut Hamburg City Girls Hä wo sind die? Flammex wo bist du denn? Wurzel die Girls und so Stuttgart City Girls Okay Kollege Schnürschuh, na dann So, wir haben wieder ein bisschen Kleingeld können weiterbauen City Girls So Strecke fertig Dann können wir die auch schon mal benennen Können wir die Linie schon mal machen einmal von Stuttgart nach Göttingen Das kopieren wir hier mal eben SGRC CGV Das wäre dann Stuttgart 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 So, dann müssen wir hier auf jeden Fall noch eine Verbindung machen Damit wir mit dem einem Zugdepot erstmal hinkommen Aber wir haben kein Geld dafür gerade Müssen wir mal kurz abwarten Und den mal kurz fahren lassen 40 Leute ist voll Und da stehen sogar noch welche 4 Stück Und wir brauchen natürlich auch noch ein bisschen Kleingeld für den Zug wieder, ne? Lass den mal erstmal kurz abliefern Dann müssen wir nämlich hier eine kleine hier eine Verbindung machen Weil ich will jetzt eigentlich nicht hier eine Verbindung machen Ne, wir machen die hier hier vor Hier irgendwo Dann kann der nämlich hier rüber wechseln gleich auf seine Spur Und gut ist Wir müssen selber erstmal kurz abliefern hier hinten So Mal kurz hier eine Verbindung machen So So Und dann machen wir in diese Richtung ein Signal und in diese Richtung Okay Passen die Linien noch? Der fährt auf der Linie Das passt Okay, super Und das passt schon mal Das heißt Jetzt müssen wir aber auf jeden Fall einen Kredit aufnehmen für den Zug Was kostet der uns denn? Wenn wir jetzt den auch nehmen 2 Stück Ne, nicht 2 Bei den auch zweimal kostet uns 5 Millionen Müssen wir auf jeden Fall 5 Millionen aufnehmen Da kommen wir jetzt nicht drum rum Bis wir das Geld haben dort haben wir Weihnachten So 1, 2 1, 2 Dann schicken wir kaufen und den schicken wir Personen zu Göttingen Stuttgart Genau So Perfekt Haben wir doch Der wartet jetzt kurz bis der sich eingependelt hat Der müsste sich dann jetzt gleich So, der müsste sich jetzt gleich dann einpendeln So 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 Jetzt müsste der rüberfahren Genau, perfekt Und jetzt ist er auf seiner Spur Mal gucken, ob wir da schon welche haben, die mitfahren wollen Wahrscheinlich noch nicht Die nach Stuttgart wollen Nee Noch keiner Okay Fahren wir erstmal nach Stuttgart Fahren wir mal mit Gucken, wie die Strecke ausschaut Dir wählt hier, Digga hin und her Und das haben wir Was ist denn 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 Das haben wir gedacht So Wollen wir mal schauen Wollen wir mal schauen Ob das hier alles so funktioniert Wie wir das vorgestellt haben Haben wir da jemanden? Haben wir jemanden? Ja, da kommt jemand Aber wir fahren direkt wieder Keine Wart Oh Guck mal hier, hier, da stehen welche 13 Leute da an der Bushaltestelle Sollte aber gleich Der Bus Ist der voll? Noch 8 Leute, okay Wollen wir mal abwarten Wollen wir mal abwarten Das wird schon So Ich würde sagen Guck mal Da wollen schon Fünf Leute nach Stuttgart Und jetzt müsste nämlich Eigentlich auch hier hinten Das wieder steigen Und hier wurden 48 Leute mittlerweile 78 haben wir jetzt Sehr gut Da waren wir noch zwei Punkte Ich schicke euch mal mit Auf die Reise Hier bei Kollege Schnürschuh Und bin mal kurz Ähm Was zu trinken holen Bis gleich Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal So Wieder da Oh, wir haben neue LKWs Mit 70 kmh Das ist schon mal nicht verkehrt Auf den langen Strecken Die wir haben Oh, guck mal hier Das ist ja mal geil Geiles Bild, oder? Zack, 500 Ah, Leute Jetzt so langsam kommt's Geld rein Zwölf Leute Oh, Stuttgart 16, 20 schon Ähm Aber dafür kannst du nicht Oh, hier stehen 50 Wir können eigentlich schon Fast einen Triebwagen 14 Leute an der Bushaltestelle Wir holen mal noch einen Bus Glaub ich für Für Darmstadt Kaufen wir noch einen Bus für Darmstadt Kaufen wir noch einen Bus Einen Bus für Darmstadt Darmstadt So Was hatten wir denn für eine Farbe Darmstadt Bus Darmstadt Passt Okay Und ähm Ich glaub wir hängen da noch was dran Weil hier wären wir immer voll mit den ähm Kollegen Und haben wir über 100? Ne ja noch nicht 78 Immer noch Was ist doch jetzt? Aber Guck mal das hat sich aber schon in die nächste Stufe erhoben Sehr gut Dann haben wir hier nämlich auch 200 was produziert wird Und jetzt haben wir nämlich hier Durchgehend ähm Material was wir wegbringen können Die produzieren hier auch schneller Sehr gut So langsam kommt's doch ins Laufen 1,4 Millionen haben wir Alter guckt euch an Leute Weißt du was hier steht? 46 Personen Sagen wir noch einen zweiten Bus hin Also noch einen vierten Bus hingeschickt Oder ne dann Wie viele Busse haben wir jetzt da? Vier Busse okay Ist der unterwegs oder ist der schon da? Oh Da kommt er Verstärkung Ach Leute Was ist denn jetzt hier wieder los hier? 63 Leute Ja wir brauchen wir können noch einen Wir schicken den gleich mal ins Depot Da können wir ruhig noch äh Da können wir ruhig noch äh Waggon dran machen Den schicken wir mal kurz ins Depot Ja jetzt warte jetzt Dann haben wir noch einen Waggon dran Dann haben wir 60 Kapazität 2,7 Millionen Komm schon 2,3 2,4 Kriegen wir 2,7 Millionen zusammen oder nicht? Muss ich jetzt einen Kredit nochmal 500.000 aufnehmen oder was verkehrt? Komm schon Komm schon 2,3 2,2 2,6 Jetzt Sehr gut Und wieder auf die Strecke So Ist gerade Autosave 5 So jetzt haben wir da schon mal 3 Ist das schon mal nicht verkehrt Jetzt können wir schon mal 60 Leute transportieren Da kommt der andere Der nach Stuttgart fährt Ja so langsam So langsam läuft das doch Gucken wir wie viele Leute wir jetzt hier haben 32 Da das ist okay Das pendelt sich ein Das pendelt sich entspannt ein Langsam wird's Matze Ja Zum Glück Ist doch super Wie viel haben wir jetzt hinten hier wieder hier warten? 29 Das kommt wieder Darmstadt 75 Ja ja, Geld kommt gleich wieder Wie schaut's hier mit dem Busverkehr aus? 13 Leute Vielleicht schicken wir auch noch einen Bus nach Stuttgart Ach kein Geld, ja okay wir warten 49 49 Leute Seht ihr? Die hätten wir jetzt in dem anderen gar nicht mitbekommen alle Stehen schon wieder 10 Wie viel haben wir hier? 28 12 Und dann über so 12 12 Na hier brauchen wir jedenfalls noch einen Bus Busse die Drei Busse schaffen das nicht Die kriegen jetzt nicht hin Gehen Ja man sich verhindern und bleib so wie du bist Kurz warten müssen wir wieder Geld machen Und dann sich verhindern und bleib so wie du bist Ja wie du bist Ja wie du bist So wie du bist Das war Stuttgart-Bus. So, welche Farbe haben wir bei Stuttgart-Bus? Braun. Das war das hier, ne? Ja. Das stimmt. Also, Mods raussuchen, da kannst du Tage, Tage und Tage machen. Ja, die drei Busse schaffen das nicht. Machen wir einen Bus Verstärkung. Er ist unterwegs. Und dann sich verändern, dann bleibst du auch, wie du bist. Okay. 22 Leute, die am Warten sind, sehr gut. 70. So, jetzt bin ich mal überlegen. Können wir Baumaterial noch woanders hinliefern? Wollen wir vielleicht Baumaterial brauchen in irgendeiner Stadt? Oh, Bonn. Bonn ist aber eine ganze Ecke weg. Da würden wir auf jeden Fall richtig viel Geld machen, ne? Für die Strecke. Und die haben einen... Bonn ist schon groß. Bonn ist schon groß. Da wird schon eine größere Stadt draus. Könnten Baumaterial wirklich nach Bonn bringen. Könnten Baumaterial nach Bonn bringen. Könnten Baumaterial nach Bonn bringen. Bonn ist einer der größeren Städte auf jeden Fall. Mal eben schauen. Ja. Dresden ist die größere. Bonn ist auch schon einer der größten. Mit. Das heißt... Wo sonst haben wir... Aber sonst haben wir... hier auch nichts direkt in der Nähe, ne? So. Das heißt... Wir machen die Verbindung nach Bonn von hier aus. Jetzt muss ich halt nur mal schauen. Wie wir hier vernünftig einen Bahnhof platziert bekommen. Ohne jetzt hier 8000 Sachen zu planieren, weißt du? Aber müssen wir wahrscheinlich. Du. Das kostet halt gut Geld, ey. dieses Planieren. Wie lang... Wer wäre der denn der Güterbahnhof? Okay, alles klar. Das würde da auf jeden Fall schon mal hinpassen. Dann bekomme ich echt wieder Hunger. Oder mit LKW nach Bonn. Boah, Jujo Bienen mit LKW. Guck dir die Strecke an. Ja, bis da hinten. Ich glaube, das machen wir schon eher mit Zug, oder? Weil dann versenden wir auch ordentlich. Was haben die denn an Anspruch überhaupt am Baumaterial? 75. Das steigt dann relativ schnell. Wir machen auf jeden Fall mit Zug. Weil dann können wir auch direkt... Später mit Stuttgart verbinden. Mit der Zugstrecke. Und dann wird das Ganze weiße. So, mal kurz Pause. Kurz ein Päuschen. Können wir den Bahnhof hier platzieren. Den Güterbahnhof. Einmal hier hin. So. Hast recht, ja. 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 Jetzt müssen wir das hier aber alles mal eben auf eine Höhe ein bisschen runterbringen. Damit wir hier in den Tunnel vernünftig durchkommen gleich. Willst du mit mir Drogen nehmen? Es ist roter Rosenregnen. Wir haben sich nur abgelehnen. Willst du mit mir Drogen nehmen? Gehen, komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Ja, Juno Bindewa. Dann können wir nämlich direkt von... Oh. Neue Sachen bekommen. Ja, sehr cool. Dann können wir nämlich direkt vom Stuttgarter Bahnhof nämlich später ein Gleis anschmiegen in das andere und dann Richtung Bonn. Nee, bisher noch nicht. So, direkt mal kurz wieder Pause. So, einmal Gleise. So, jetzt ist es regnen. So gesehen. Willst du mit mir Drogen nehmen? Komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Okay, komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Okay, wir gehen zusammen. Okay. Okay. Jetzt haben wir hier einen schönen Tunnel schon mal. Wo wir dann von hier hier müssen wir jetzt auch einen Tunnel drunter unter das Gleis. Und dann hier dran vorbei geradeaus durch Richtung Bonn. Hi, wie heißt die Playlist? Kevin, schönen guten Abend. Hi. Playlist, boah, was haben wir da? SDP-Radio heißt das. SDP-Radio heißt die Playlist bei Spotify. Gehen zusammen den Bach runter. Jetzt hoffe ich, dass wir hier noch einen Tunnel hinkriegen. Ist mich heute Abend schon in den Laden gerettet. mit ihm dreht. Gut, ist es. Okay, das ist schon so gut. Okay, geht's- Zeig mir dein Gepäck, Baby. Schöne Boku-Negperle. So, jetzt müssen wir schauen. Wir gehen am besten hier noch drunter. Mit dem Tunnel kommen wir dann hier hinter raus. In die Richtung. Ich denke, ich brauche kein Besteck. Ja, die Straße kommt gleich wieder. Ruhig bleiben. Ist hart für mich. Untertragen nicht. So, verbinden wir die Straße hier mal wieder. So. 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 Das hat noch eine ordentliche Strecke bis dahinten nach Bonn. Ja, Markus, also TK1993, vielen Dank fürs Followen, herzlich willkommen, schönen guten Abend in dieser, ja, ruhigen Runde hier und ja, danke, danke, mein Bester. Moin, TK, guten Abend. Wir sparen jetzt erstmal wieder ein bisschen für die Strecke. Ist das eine zufällige Map? Jo, TK, das ist eine zufällige neue Map. Das ist eine zufällige Map. Das ist eine zufällige Map. Das ist eine zufällige Map. Hier stehen einiges. 48 wollen nach Darmstadt. 49. Die gehen jetzt alle weg. Zack, 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 weg. Göttingen ist auch gut dabei. Tom T-Rex, schönen guten Abend. So, wir sparen jetzt erstmal ein bisschen, dass wir ein bisschen Geld haben zum Durchbauen. Oh, 77. Das muss noch ein bisschen steigen hier, das Baumaterial. Aber wir haben ja eigentlich eine Einwohnerzahl C, eigentlich nur 92 oder 193. 35 Leute wollen nach Darmstadt. So, 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 sodalö. Stein haben wir auf jeden Fall. Der produziert gut. Für die Rate, die wir hier haben. Das passt. Der hat eigentlich immer genug im Lager. Das passt auch. Der braucht nur mehr Versand. Das kriegen wir auch bald hin. Hier steht auch nicht allzu viel rum. Das passt eigentlich soweit. Wenn das hier auch passt. Und bauen wir nochmal kurz ein Stück weiter. Nein. Also bestimmt keine Brücke hier lang. Jetzt sagen wir, wir gehen hier neben der Werkzeugfabrik. Gehen wir rüber auf die andere Seite. Die andere Flussseite. Jetzt erzählen wir, wer ich bin. So, eine Zeit von mir steht wieder auf. Okay, wir brauchen ein bisschen mehr Geld. Lord Zombie heute, heute nicht. Ne, heute habe ich keine Lust. Aber ich glaube, Markus hat Zeit. Flammix, oder? Heute ist der letzte Montag im Jahr. Das stimmt. Das stimmt. Der letzte Montag in diesem Jahr. So, dann gehen wir hier rüber. Und dann sind wir schon fast in Bonn. Oh, guck mal, wir haben wieder Geld. Bisschen Kleingeld bekommen. Wie? Du hast keine Zeit, Markus? Warum hast du keine Zeit? Du hast für deine Kollegen keine Zeit da. Für Lord Zombie? Verstehe ich nicht. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Nehmen wir erstmal. Ich denke, das können wir später immer noch verändern. Die Brücke. Sie ist hageltes Kneid und gewittert. Guck mal, da sind wir noch schon fast in Bonn. Vielbeschäftigter Mensch. Ah, okay. Danke. Ah, okay, Markus. Ja, dann. Das ist schon eine ordentliche Strecke hier nach Bonn. Die schauen in die Strecken aus. Guck mal, Göttingen-Stuttgart macht fast eine Million, ey. Die machen gut Geld. Leute, was ist denn verkehrt hier? Leute, was ist denn verkehrt hier? Ich muss hier mal ein bisschen gerade was klären wegen Morgensilvester. Warum lese ich überhaupt die Nachrichten noch vor von Markus? Kann mir das mal jemand sagen? Warum lese ich... Ich verstehe es nicht. Das Leben vor dem Tod. Jetzt bauen wir erst mal gleich einen Bahnhof hin. Ja, Markus. Warum lese ich die Sachen noch vor von dir eigentlich, mein Lieber? Kannst du mir das mal sagen, wa? Oh, guck mal. Oh, wir haben ein bisschen Geld bekommen. Dann bauen wir hier direkt mal... Machen wir eben mal kurz hier Bonn fertig mit Bahnhof. Und hier in die Verbindung. So. Und so einmal. Nee. Nee. Und hier ein bisschen gerade durchziehen. Und dann hier rüber. So. Dann einmal einen Gebäude, einen Kopfbahnhof-Passagier. Ja, Flammex, also das bestreite ich ja gar nicht so, ne? Aber ja. Das will ich ja gar nicht so bestreiten, mein Lieber, weißt du? Aber ob das alles so Hand und Fuß hat? Hm. Das ist wesentlich nicht, wa? So. Oh, hier haben wir Gebäude. Bus, Tramstation. Tak, tak. Genau so. Das Paradies ist, komm genieß es, dieses Leben vor dem Tod. Mal kurz ein bisschen abflachen. So. Okay, danke. Dann den mal kurz konfigurieren. Machen wir noch ein bisschen. Machen wir noch eine dran. Und dann machen wir Street Assess hier. Zack. Boah, boah. So. Dann machen wir hier mal in Bonn. Ach, wer machen wir jetzt? Jetzt habe ich Personen gemacht. Ist egal. Ist egal. Brauchen wir sowieso. Dann machen wir daneben jetzt gleich noch Dingens. Top-Raud und sie. Mich auch. Sie sinkt nicht zu sich rüber. Verdammt. Ich tick. Das hat alles Hals und Fuß. Ah, okay. Äh, ne. Da werden wir uns nie, da werden wir uns nie sehen. Ich mach mal direkt hier schon mal die Bushaltestellen fertig. Ich werde aber noch keinen Bus einrichten, da ich mich ja gerade eigentlich ein bisschen vertan habe. Da wir ja keine Personen hier hinschicken, sondern wir schicken ja eigentlich, ähm, wir schicken ja eigentlich, äh, Baumaterial hierher. Dieser Welt, doch das wird nichts ändern. Sie steht auf Männer. Monster-Buddy mit dem Monster-Buddy. So. Von hier, bitte da. Da nach da. Da nach da. Dann müsst ihr euch da oben, na, erstmal drehen. Da hin, da hin, da lang, da lang, da hin. Ich komm, aber Bonn Nord würde ich gerne in Terminal 2 nutzen. Und dann noch einmal einen W-Punkt. Und zwar so. Und ich füge mal die noch hinzu. So. Wir melden ihn einfach. Ja, genau. Ihr meldet. Ja, ja. So. Jetzt müssen wir aber mal kurz gucken, wo brauchen wir das Baumaterial? Wo brauchen wir das Baumaterial? Das Baumaterial brauchen wir natürlich hier oben. Okay. Das heißt, Gebäude und dann einen Truck-Unload-Stop, den wir dorthin setzen. Dann müssen wir hier einen LKW-Zugang noch machen. Das heißt, ich werde, glaube ich, nachher links das machen. Konfigurieren wir erstmal noch den Bahnhof. Mit einem neuen Gleis. Dann Plattform, aber Güterplattform. Cargo-Building. Dann. Voll der Schrott. Mal kurz weiterlaufen lassen. Dreck. Okay. So. Dann müssen wir jetzt für mich noch ein LKW-Depot hinbauen. Und später werden wir dann auch noch hier Passagier, also Person. Beförderung machen. Von Bonn dann natürlich nach Stuttgart. Und dann können wir von Stuttgart nach Göttingen. Von Göttingen nach Darmstadt, oder? Alice Rüth, schönen guten Abend. Matze, mach dich drauf gefasst. Wir melden dich an. Danke. Leute, verarschen kann ich mich selber. Nie mehr aus dem Korb. So. Das reißen wir weg. Und dann machen wir mal hier eine Straße. Und zwar eine schöne, entspannte Straße. Da dran bitte. Und dann machen wir es so. So. Und hier bauen wir jetzt einen LKW-Unload. Auch eine LKW-Station. Autosave schon wieder. Matze freut sich. Moin. Die Gamer-Crew. Schönen guten Abend, mein Lieber. Matze freut sich. Dann gibt es niemanden mehr. Configuration. Machen wir auf jeden Fall ein bisschen länger. Cargo-mäßig. Ja, haben wir aber natürlich wieder kein Geld für. Lassen wir mal ein bisschen weiterlaufen wieder. So nachher noch die Lok kaufen oder das, ey. Da würde ich vielleicht eine geile Diesel-Lok nehmen. Müssen wir mal gucken, was wir da nehmen. Die ist voll der Schrott. So. Diese Grüße gehen raus an... An wen? An Kreta? Was hat Griechenland denn damit zu tun? Mhm. Mhm. Was hat Griechenland damit zu tun, bitte? Markus. Ach, gerade weg der Skate. War gerade da, gerade wieder weg. Kannst du mehr Dittmar sein, wa? Haben die in den armen Griechenland damit zu tun? Ja. Haben die in den armen Griechenland damit zu tun? Nee, äh, Alice Rüth. Gestern haben wir ja eigentlich voll verkackt. Das ist ein neuer Spielstand. Aber auch auf schwierig und mit allem drum und dran. Aber ein bisschen überlegter. Ich werde das machen. Ich werde da ein bisschen auf drei åk UNR. Ja. Das ist das, was wir jetzt machen. Okay. Ja. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist das das, das ist wir die. Das ist das. Scheiße. Scheiße. Egal. So, jetzt machen wir einmal von neuer Linie von hier nach da. Aber nicht die 1, sondern 2. Und das mal eben kurz nochmal weg. Und machen hier mal kurz einen... Was soll mich da lang fahren? Da lang. Und danach da. So, dafür müssen wir jetzt aber auch hier mal ein Depot hinbauen. Fahrzeugdepot. Das ist kein Problem. So, hey Arne. Schönen Abend. So, dann haben wir das. So, bringen wir erst mal ein bisschen Dingens da hin. Aber besser wäre eigentlich gewesen, wenn wir das auf der anderen Seite hätten. Ist aber auch egal. Das ist nicht schlimm. Das heißt, wir tauschen mal kurz die Seiten. Sonst haben wir nämlich nach ein kleines Problemchen. hier kommt das. Hier kommt das. Und auf der Seite kommt das. Ihr versteht nachher warum. So, misc. Da hat er nur ein Dach drauf. So, das Heim, Cargo-Building. Das ist trotzdem noch verbunden. Sehr gut. Sehr gut. Aber dann wären wir nämlich nicht hier hin, sondern da drin. So. Ziemlich sinniger, weil wenn wir nicht nachher mit der anderen Bahn, mit der anderen, mit dem anderen Gleis kommen, kommen wir hier von Stuttgart nachher ab. Und sonst muss man nachher die Gleise wieder queren. Wisst ihr, was ich meine? Das wäre blöd. So. Jetzt mal die Linie, würde ich sagen. Oh, wir müssen die Linie noch benennen. Das ist die blaue, war dann, was war das jetzt hier, Bremen, ne? Ne, Bonn, Bonn, LKW, Baumatt. Und das wäre dann Bonn, Bus. Bonn, Bus. So. Dann haben wir das. Dann machen wir mal die Linie hier von, da haben wir ja nichts Besseres zu tun von hier. Nach da. Man sollte auf jeden Fall hier vollladen. Das wäre dann Bonn, Baumatt, Punkt nach Bonn, Zug. So. Dann haben wir da sowas angedeutet, aber ich wundere den nicht. Hier können wir auf jeden Fall ein Zugdepot hinstellen, hinbauen. Das werden wir hier sowieso brauchen. Was kostet uns ein Zugdepot? Dann haben wir mal Märchen erzählt. Was ist da hin? Zeit weiterlaufen lassen. Oh, Nero. Schönen guten Abend. Schön, dass du auch wieder da bist. Freut mich. Schön, dass du auch wieder eingeschaltet hast. Wir haben schon halb... Wir haben halb elf? Wie lange bin ich schon am Stream? Zweieinhalb Stunden... Alter, wie krass ist das denn gerade? Wir sind zweieinhalb Stunden schon am Stream? Wir haben schon halb elf? Alter, wie krass ist das denn gerade? Guten Abend, Paddy. Das können wir uns ja heute guten Rutsch sagen. Alter, wie krass ist das denn? Heftig. Also, wie heißt das Lied? Das Lied heißt... Die Ärzte lasse reden. Heftig. Also, das hätte ich... Habe ich jetzt gerade gar nicht gedacht, dass wir schon so spät haben. Ich habe gedacht, okay, vielleicht jetzt neun Uhr oder was? Das ist mal krass. 75. Das reicht, wenn wir dann erstmal einen Güterwaggon mit 100 machen. Was kostet uns denn jetzt eine schöne Diesel-Lok vielleicht? Haben wir da was? Das wäre die einzige. 5 Millionen. 200 Kilo Newton. Elektrisch, was haben wir da? 7 Millionen. 11 Millionen. 6 Millionen. Da wäre die Diesel-Lok schon die bessere. Was Attitüde heißt. Eine Gewalt ist nur ein Sturm. 4 Millionen. Deine Springerstiefel. Ja, nehmen wir, glaube ich, hier die. Was würden uns denn jetzt ein Zug mit 100 Kosten? Baumaterial bringen wir. Dann haben wir niemals für dich Zeit. Ich kann nur 50. Was kann denn die Lok? Die kann 80. Oder? Ne, 120. Das heißt, wäre ich verkehrt, wenn wir jetzt schon mal eine Lok hätten mit 120. Dann gehen ja noch 22 Stunden. Mache erst mal Pause. Buddy. Heftig. Ja, doch. Neo. Doch, doch. Doch. Das auf jeden Fall. Was haben wir denn hier so? 50. 50. Ich kann halt 80. 80. Oh, Arschloch. 120. Probleme hast die keinen interessieren was kostet uns denn einer mit 100 Kapazität 13 Millionen gut so viel brauchen wir ja erstmal nicht die haben ja nur eine Nachfrage von 75 rum 72 der Gewalt ist nur ein Sturmarsch kostet uns 10 Millionen denn die hat niemals für nichts das würde jetzt einer mehr kosten 11,9 Millionen machen wir erstmal so schon mittelmäßig den schicken wir Bonn so kaufen wir direkt noch LKWs die das ganze auch dann rumkarren kaufen wir erstmal mal 2 mal 2 erstmal 1 so alles klar dann mal ab dafür da ist unsere Lok da ist unser LKW oh da müssen wir noch einstellen dass der Bonn Abzweigung voll lädt so so schafft auf jeden Fall 120 sehr gut ja ja mach da ja oder ja Nero mach es so wie du Bock hast ne mach keinen Stress schöne schöne diese Lok das ist aber auch jetzt hier eine Strecke ne ok der schafft durchgehend 120 gut der hat jetzt auch nichts drin in den Anhängern ne auch in den Waggons jetzt kommt der erste Tunnel der zweite Tunnel und dann sind wir schon im Bahnhof und da haben wir schon so genau da soll er vollladen so jetzt steigt die nämlich auch weiter auf sehr gut weil wir nämlich mehr versandt haben Gravitation und umso mehr wird jetzt nämlich auch hier hinten produziert da können wir dann nämlich auch mehr LKWs schicken dann sehen wir jetzt gleich nämlich wie schön die aufsteigt Flamex warst du es oder wer war es ta zack aufgestiegen jetzt brauchen die nämlich 300 und hier hinten nämlich auch 300 jetzt geht das nämlich ein bisschen schneller auch jetzt seht ihr wie schnell jetzt hier die Steine kommen Justin moin moin na klar geht es dir besser in der Gruppe ja auf jeden Fall besser als gestern hab den Timeout hammer gesprungen richtig so mal Red Black Mustang ein wunderschön guten Abend mein Bester hat die hallo schön dich wiederzusehen schön dich wiederzusehen und vielen Dank für deinen 19. Monat Resub und das am 10. Monat Fortlaufen mein Bester danke 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 ich baller dir die Herzchen raus mein Bester vielen Dank für 19 Monate Support schon dafür kriegst du auch einen Zaun von mir danke 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 ja jetzt müssen wir wahrscheinlich so langsam hier schon einen nächsten LKW haben wir haben eine Rate von 197 aber brauchen jetzt momentan 300 moin moin Johnny was ist eigentlich passiert Arsch hab ich einen Arsch geweiht der do wird Newton Anwalt man wie schmerzhaft das ist 78 da ändert sich nichts Nossi Nossi Guck mal zweieinhalb Millionen ich zahle mal ein bisschen was zurück wegen den Zinsen halt und umso besser ich würde jetzt auch sagen wir machen jetzt erstmal nichts mehr außer vielleicht den Personenverkehr aber eigentlich nicht unbedingt kommt der hier klar jetzt mit dem Ganzen sollte der eigentlich erstmal schaffen eine LKW ein Bike in der Nacht Feiertag auf Montag das andere geht nicht auf naja wir kaufen hier noch einen zweiten vielleicht wenn wir gleich Geld haben ich denk mal wir kaufen da noch einen zweiten LKW oder was sagt ihr ist ja jetzt eigentlich genug da und sobald wir hier erstmal noch Personenverkehr haben also Güterverkehr ach ja Personenverkehr können ja mal gucken wie gut der das weg schafft bevor der Anwalt bevor der Zug wieder kommt drei drei Tage wach muss der denn lange hier warten oder ist der voll dann kann fast direkt abstarten ja sehr gut noch nie so drauf wie auf der Party Kevin hi äh wieso kein LS heute hab ich Bock auf ähm Transport Fever zwei deswegen das hier LS wird's erst nächstes Jahr wieder geben denk ich gucken was wir für den Zug hier bekommen jetzt wenn der Drogen mehr wenn er's nicht gelogen wär drei Tage war gucken was wir bekommen für eine Fuhre guten Abend Martin oh der LKW hat auf jeden Fall vorhin alles schon weggebracht bis der wieder da war sehr gut das heißt wir kaufen eigentlich nur ein LKW zusätzlich kaufen wir zusätzlich ein LKW hier oben ja wir sollten hier noch ein LKW mit beitun Altpapier Monster schönen guten Abend machen wir da jetzt auch schon mal einen von den neuen oder nehmen wir einen von den äh nehmen wir noch so einen ach da können wir auch einfach auf die Linie gehen das ist das selbe Lieder Stuttgart die Zeit steht stehen jetzt zwei Stück die wir klonen noch und gut ist was ist heute schon alles so passiert äh Martin ich kann dir mal einen kurzen Überblick geben also wir haben heute angefangen neu angefangen ja so gesehen ich hab erstmal hier Stein ne mit mit Baumaterial verbunden nur mit LKWs und auf die Raten geachtet ne also das passt alles ne dann hab ich bringe ich das Baumaterial hier lang über die Straße nach Darmstadt da passt das auch ne also und Darmstadt hab ich schon angebunden mit Personenverkehr nach ähm hier nach Göttingen da hab ich auch wie gesagt ja schon Busverbindungen Darmstadt auch und von Göttingen aus hab ich dann noch ne Zugverbindung hier rechts ab nach Stuttgart ne so und jetzt hab ich grad dann noch von hier aus von der Baumaterialfabrik eine Zugverbindung gemacht die hier entlang nach äh Bonn geht ja genau neuer Spielstand ja gestern den hätten wir nicht mal retten können der war 100 Millionen also hast du gestern zu viele LKW für zu wenig waren gehabt oder war das ja du musst halt gucken dass das alles passt mit der Abnahme und so weiter weißt du Bonn nimmt ja jetzt zum Beispiel schon 95 ab am Baumaterial der Zug hat momentan eine Rate von 80 da könnten wir demnächst ein bisschen höher gehen aber erst mal abwarten so Versand müssen wir halt noch ein bisschen hochbringen und als nächstes möchte ich dann halt von Stuttgart aus einen Personenverkehr machen nach Bonn hast du schon Busse in Bonn? ne ich hab noch keine Busse in Bonn noch keine Busse für Bonn gekauft das will ich eigentlich dann erst machen wenn ich den Personenverkehr habe oder soll ich jetzt schon Busse machen? ich mach schon mach mal schon kaufen wir schon Busse kaufen wir mal oh guck mal wir haben die Busse ja schon kaufen wir davon 200 brauchen wir schon mal zwei Busse und schicken die schon mal Bonn Bus ich denke mal das ist schon besser ah guck mal da kommt er wieder jetzt müssen wir mal gucken aber der LKW der schafft das auf jeden Fall momentan der eine LKW 96 schon okay 1000 Purs auf der Haut wir werden hier auf jeden Fall ich werde mal kurz hier noch einen für holen den mal kurz Klon why so okay und dann würde ich gleich schon fast anfangen hier mit dem nächsten Gleis für Bonn um Stuttgart mit Bonn zu verbinden so müssen die nämlich schön von Bahnhof zu Bahnhof immer pendeln um wirklich alles alle ja alles abzudecken weißt du um von jeder Stadt zu jeder Stadt zu kommen das ist nicht schlecht 2,6 Millionen wir bauen jetzt einfach schon mal das was wir bauen können von Stuttgart aus bauen direkt mal hier ein Gleis dran was hier 1000 Tattoos auf der Haut so schmiegen wir uns an das Gleis da an bleiben aber erstmal noch ein bisschen gerade das können wir weg machen 100 ist okay und so und jetzt komplett durch bis nach Bonn Natosenwagen kommt zu mir jeden Abend zu mir So, immer weiter geradeaus. Autosave. ... eingeschlafen bist. So, das. So, ich wünsche dir eine gute Nacht, einen guten Rutsch. Alles klar, Fanfahrer, dir auch. Gute Nacht, guten Rutsch und, ähm, ja. Wir sehen uns im nächsten Jahr, mein Lieber. Und du bleibst du auch so, wie du bist, mein Bester. Und nicht so wild treiben, ne? Bist du eingeschlafen bist. So. Ja, stimmt ja, stimmt ja, Fanfahrer. Du hast ja Dienst. So, dann haben wir das schon mal gemacht. Mach mal die, die Linie hier mal. Von, äh, neue Linie. Einmal von hier. Nach da. So, das wäre dann Personen Stuttgart Bonn. So. So. Was kostet uns ein Triebwagen noch mal? Ein ektischer Triebwagen. Fünf Millionen für 40 Kapazität. Okay. Sparen wir erstmal ein wenig. Ja, die war noch der. Ja, 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 gehst. Nutzt es dich. Was haben wir hier mittlerweile? 15, 16 Leute. 27. Wie schaut's denn aus mit unseren Haltestellen? So, alle. Nichts überlastet. Haben wir hinten irgendwas überlastet. Hier ist auch nichts überlastet. Alles gut. Baba. Hier irgendwas überlastet. Auch nicht. Alles gut. Alles klar. Ja, so. Dann haben wir hier auf jeden Fall erstmal zwei Busse fahren. Ich glaube, die zwei Busse, die sind da sehr überlastet. Da kaufen wir mal kurz noch einen Bus. Am besten klonen wir beide nochmal. Na. So. Haben wir vier Busse schon mal in Bonn. Wenn wir jetzt gleich den Personenverkehr da noch haben, dann brauchen wir sowieso mehr hier. Bonn braucht schon 113 Baumaterial. Das heißt, wir können den Zug bald auch verlängern. Ich schau's hier aus. Och, guck mal, die kommen gar nicht hinterher. Die LKWs. Schau's denn aus so mit unseren Raten. Gut, klar. Göttingen Bus. Aber sonst sehen die Linien eigentlich soweit alle ganz in Ordnung aus. 2,6 Millionen haben wir. Aber die kommen eigentlich auch gut mit hier, die LKWs. Das passt. 2,8. So. Wir lassen mal kurz sparen. Ich bin nochmal kurz da, wo der König zu Fuß hingeht. Also, bis gleich, meine Lieben. Schön brav bleiben hier, ne? Ich bin nochmal kurz sparen. Ich bin nochmal kurz sparen. Okay. 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 So, wieder da. Oh, MRKSS81. Vielen Dank für den Follow. Herzlich Willkommen. Schönen guten Abend. 10 Cars. Was meinst du mit noch 2-3 LKW? Wir haben 5,2 Millionen Leute. Ich kauf mal kurz die Lok für den Personenverkehr. 5,4. Müssen wir noch kurz warten. Du meinst noch eine andere Produktion oder was? Brot oder was? Komm, die brauchen schon 131. 425 haben die schon, ey. Das wird eine große Stadt hier. Aber Brot haben wir ja nirgendwo in der Nähe, wa? Wir können auf jeden Fall auf jeden Fall den Zug hier einigst erhöhen mit der Rate. Zum Antransport, ja Brot oder sowas, okay. Zum Antransport der Wahn und der Zug ist etwas kurz. Ja, hier der, ne? Den würde ich auch sagen, oh guck mal, wie er steht. Ich würde auch sagen, den müssen wir mal was länger machen gleich, ne? Ich will erstmal noch den Personenzug machen. Und dann machen wir den, ähm... Den, 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 den Zug hier auf jeden Fall ein bisschen länger. Für das Baumaterial nach Bonn. Aber hier, guck mal, hier haben wir ja eigentlich... Hier passt das ja. Mit den zwei Autos. Die schaffen das eigentlich ganz gut. Das Einzige... Aber hier sieht's er ja eigentlich jetzt... Ja gut. Gestein hier, das kann ich ja eigentlich... Was machen wir denn hier? Da geht mir einiges verloren, aber was soll ich denn da machen? Will ich jetzt noch mehr LKWs hier hinschicken, oder was? Wir sind ja hier schon eigentlich bei Überproduktion. Für Werkzeuge produzieren. Werkzeuge... Für wo? Für wo meinst du Werkzeuge? Für Darmstadt, oder was? Also hier in der Nähe, hab ich... Nichts mit Werkzeugen. Ja, hier kann ich Werkzeug produzieren. Ja, hier könnte ich Holz, aber dann brauche ich Bretter. Da kann ich Bretter machen, nach Werkzeug. Also Holz, Holz. Oder einmal Holz. Oder da einmal Holz, nach Bretter. Und dann zu Werkzeug. Und dann von der Werkzeugfabrik... Muss ich dann nach hier, nach Darmstadt, oder was meinst du? Oh, wir haben sieben Millionen. Alter, was geht denn ab? Kaufen wir kurz den Personenwaggon hier. Können wir direkt schon drei machen? Nee, schade. Weil die Kapazitäten mit 40, die werden wir schnell erreichen. Aber schicken wir erstmal den schon mal auf Reise. Ah, das wäre dann... Stuttgart-Bonn. Fahr'n wir mal mit. Wachsen die Städte eigentlich mit, oder? Ja, Alice Rue, die wachsen. Die wachsen. Die bauen Straßen, die bauen mehr Häuser. Also die werden riesig. Auch Hochhäuser und so weiter. Das wird schon cool. Welche Kamera benutzt du, Paddy? Du meinst jetzt hier die Kamera, oder was? Das ist so eine ganz normale Logitech... Schieß-mich-tot-Kamera. Weiß ich nicht. Logitech irgendwie diese ganz normalen, günstigen Kameras da. Weiß man bestimmt, was ich meine. Kostet, glaube ich, 60 Euro, 70 Euro. Also ist jetzt hier keine Alpha. Genau, diese 920. Genau. Guck mal, da fahren die anderen. Jetzt müssen die erstmal begreifen, dass die jetzt auch nach Bonn fahren können. Oh, guck mal, hier stehen jetzt schon 29 Leute. Also 30. Der wird schnell zu klein sein, der Zug. Na gut, dann schicken wir jetzt auch... Hier stehen jetzt schon 40, 41 Leute, Leute. Den schicken wir jetzt gleich mal eben kurz... in die Werkstatt. Ins Depot und verlängern den Zug mal. Brotpreis. Was braucht man alles für Brot? Muss ich gleich mal schauen, muss ich gleich mal schauen. Alter, wie viele wollen denn hier von Bonn weg? Ja, sehr gut, Paddy. Was hast du denn für einen Monitor bestellt? So, die schicken wir jetzt mal ins Depot. Und ab ins Depot. Guck mal, wie viele Leute hier. 69 Leute. Also den können wir gleich auch ins Depot schicken und neu, äh... länger machen. So, wie viel machen wir denn da? Wie viel brauchen wir? Wir brauchen, glaube ich, 130, ne? Was brauchen wir denn jetzt hier in... in Bonn? 140. Cargo. Cargo. 144, würde ich vielleicht mal machen. Nehmen wir mal kurz was auf. Weil der muss fahren, der Zug. Das ist wichtig. Genau. Und dann wieder ab dafür. Und dann schicken wir gleich den Personen-Ding ins Auge. Guck mal, 90 Leute warten hier schon. Leute. Am besten können wir zwei Züge schicken hin und her. Vom Bonn nach Stuttgart. Wie viel warten denn hier jetzt? Guck mal, 42 Leute. Ja. Sollen wir da lieber zwei schicken, Martin? Was meinst du? Nur für OBS 24 Zoll, Full HD, Hauptmonitor ist ein 32 Zoll, WQHD. Alter, sehr geil, Paddy. Ich hab ja noch nicht mal ein WQHD oder sowas. 50 Leute. Was meinst du, Martin? Sollen wir eine Ausweichsstrecke noch bauen und zwei Züge zwischen Bonn und Stuttgart hin und her schicken? Genau, anstatt einen... ...bauen wir in der Mitte eine Ausweichsstrecke, ne? Ab für einen zweiten Zug. Mach nicht wie die deutsche Bahn. Genau, ich denke auch. Jetzt sollen wir mal gucken, passt der... ...ist der schon weg? Oh, wir müssen den Ding ins hier. Können wir den noch verlängern? Einmal können wir noch Cargo dran bauen. Dann war's das. Zweimal. Okay, jetzt hat er sich ein bisschen zusammengestaucht. Naja. Also, dann machen wir noch eine Ausweichsstrecke, ein Stück. Wo ist denn ungefähr die Mitte? Damit sich das einpendeln kann. Ich würde sagen, hier, ne? Aber vor der Brücke oder nach der Brücke würde ich das machen. Also, das heißt, machen wir hier ein Ausweisgleis. Fangen wir hier mal an. 120, genau. Kann man ein... Äh, für die längere Strecke musst du halt deine Schienen überarbeiten. Mit Weichen. Ja, genau. Kann man eigentlich entscheiden, in welchem Jahr man anfängt? Oder fängt man automatisch... Äh, du kannst im Jahr 1850 anfangen. Das ist das... Das, äh... Jüngste so gesehen, wo du anfangen kannst. Nee, der muss ja nicht ewig warten. Ich mache ja jetzt eine lange Ausweichsstrecke. Der Güterverkehr, der soll unabhängig fahren können. Der Güterverkehr, der soll unabhängig fahren können. Ja, ja, das mache ich gleich. So, jetzt gehen wir mal so langsam wieder... rüber aufs andere. So. Das heißt, hier müssen wir ein Signal in die Richtung machen. Und hier müssen wir ein Signal in die Richtung machen. Gucken, ob der die Linie jetzt schon automatisch angepasst hat. Ah, sehr gut. Ich denke mal, das sollte so funktionieren. Gucken wir jetzt noch einen zweiten davon holen. Direkt einen längeren vielleicht. Ziemlich gut drauf. Ziemlich schick ansetzen. Hut auf. Acht Millionen. Paddy, du streamst gleich auch, oder was? Was gibt es denn bei dir zu sehen? So, ab dafür. Okay, hier brauchen wir mehr LKWs. Jetzt. Gucken wir, 165 Leute, die hier stehen. Mal kurz sehen. Dann gehen wir lieber auf die Strecke. Mal kurz warten, müssen wir wieder Geld haben. Eine Frage, muss man das Spiel verstehen? Ja, wenn... Du musst es schon verstehen, wenn... Wenn du das vernünftig zocken willst. Das ist ganz wichtig. Ah, okay, Paddy. Ja, freut mich, Justin. Freut mich, dass es dir gefällt. Zwei LKWs mehr. Da wir jetzt auch mehr bringen, ne? Moin, Moin. Äh, Leben, Raya. Leben, Raya. Wunderschönen guten Abend. Ist der Güterzug voll? Ja, der ist voll, der Güterzug. Mach ich, mach ich, Paddy. Was haben wir jetzt bekommen dafür? Weiß ich gar nicht. Vier Millionen oder was? Alter, guck. Wie viele Leute hier stehen? 227 Leute. Wie soll ich das denn? Wie soll ich dem in dem Herr werden? Muss ja noch, noch mal hier einen dran. Du fährst mal eben kurz ins Depot, Kollege. Danke, Justin. Dir auch noch einen schönen Abend. Schön, dass du da warst. Das ist ja verrückt. 204 Leute. Noch zwei dran. Ich hab kein Geld mehr. Muss ich gleich machen. Jetzt muss der kurz warten, bis der andere durch ist. Ja, komm da. Was kriegen wir jetzt eigentlich dafür jedes Mal? Die sind ja locker jedes Mal voll, die Züge. 1,3 Millionen. Okay. Mal kurz warten. Dass der hinter dem Signal hinten ist. Das ist ja verrückt. 170. Von Stuttgart haben wir jetzt leider so von den anderen Gütern noch nichts. Aber hier waren 106 Leute schon wieder weit. Nee, nee, Justin. Mit der neuen Radar habe ich nichts zu tun. Sandro, guten Abend. Kann man deine Playlist hören? Äh, das ist ja nicht meine Playlist. Die müssen wir auch mal so langsam hochbekommen. 79 haben wir hier. Aber das ist schon plus 100. Oh. Für Brot. Was braucht man für Brot? Muss ich mal kurz gucken. Was braucht man für Brot? Was hat der gerade gesagt? Also mal am Samstag. Entweder du kannst es halt einfach nur mit Getreide machen. Oder halt auch mit Fleisch, Kaffee, Bohnen und Alkohol. Das kannst du ganz normal mit Getreide machen auch. Ja, Leute, was soll ich denn hier machen? 230 Leute. Und das ist Stuttgart Baumaterial. Ja, die werden wir mal austauschen. So. Was soll ich denn da machen, ey? Der kann ja noch fast ein... Na gut, Matze. Werden wir mal schlafen gehen. Wünsche dir noch einen guten... Danke, danke. Dir auch. Einen guten Rutsch, mein Lieber. Und schlaf gut. Und ja. Wir sehen uns im neuen Jahr. Und nicht zu wild treiben, mein Lieber, ne? Dann brauchen die auch mehr Busse. Danke, dir auch alles rühlt. Guten Rutsch, mein Lieber. Und nicht zu wild treiben. Bis zum nächsten Jahr, mein Lieber. Das ist echt verrückt. Getreide in der Nähe. Hier ist Getreide. Und hier hinten ist Getreide. Und da kann ich ein Brot machen. Also Lebensmittel. Also direkt in der Nähe ist hier nix. Hm. Direkt in der Nähe ist hier nix. Das ist hier nix. Was brauchen wir denn hier in Stutt... Ach, nicht in Stuttgart, sondern... In Darmstadt. Braucht nur Werkzeug. Alles klar. Auch bei dir guten Rutsch, mein Bester. Und wir sehen uns im neuen Jahr. Ciao, ciao. Dann auch noch ein bisschen Gladbach. Wir können hier halt Brot herstellen. Und hier haben wir Getreide. Dann können wir nach München Gladbach Brot bringen und nach Bonn. Das wäre ne Option. Können wir schon zwölf Millionen, ey. Ich zahl mal ein bisschen Kredit zurück. Das könnten wir machen, aber dann... Das würde ich, glaube ich, mit LKW machen. Wir könnten es natürlich auch mit Flugzeugen machen, ne? Mit Flugzeugen. Wir könnten es auch mit Flugzeugen machen. Bausteine von Bonn nach Gladbach. Das stimmt. Das können wir auch noch bringen. Na gut, aber Gladbach hat keine hohe Bevölkerungszahl, ne? Dann würde ich aber alles, glaube ich, mit Autobahn machen. Dann würde ich hier eine Autobahn langziehen. Von hier aus. Was sind diese Kirchen? Weiß ich selber gar nicht. Was ist das? Das ist Coffee. Das ist Kaffee. Ich würde sagen, wir bringen schon mal eben Getreide von hier nach da, oder? Oder was meinst du? Wäre ich das Beste, was? Martin, oder? Oh, guck mal. Schiffe. Locks. Oh, und Güter. Güter. Ach, äh. Personen. Das ist nicht schlecht. Die könnten wir vielleicht mal austauschen dann demnächst gegen die Dingens. Ja, dann machen wir das hier schon mal. Aber ich mache, glaube ich, eine direktere Verbindung hier zwischen. Mache ich eine große Landstraße hin, weil schneller als 100 können die sowieso nicht fahren. Ich mache erst mal ein LKW-Stop. Hey, Mama, mach die Augen. Trotz all der Schwierigkeiten und Zuneigung und Liebe zeigen. Jetzt ziehen wir uns hier aus der Welt schaffen. Ja, genau, das machen wir dann auch hier, Jopi, ne? Dit machen wir auch dann. Jetzt hat er keine Verbindung mehr. Hm. Jetzt hat er das Feld weggemacht ab. Ah, Gott. Ich weiß nicht, was ich aus dem Haus muss. Das sei der Schwierigkeit. so street ist einfach hier raus sondern auch mal hier eine straße in die richtung einfach gerade durch feierabend und 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 so und und so dann hier die straße auf jeden fall schon mal hier lang und die kreppierst das ist hier so das laufen du kannst okay lasse ich durch das lasse ich weiterlaufen auch eine linie von nach da hier halte punkten nehmen wir so dann haben wir keine kreuzung drin so ist gut alles klar dann wollen wir aus auf jeden fall voll laden das wäre dann triebe zu brot machen wir hier mal direkt ein lkw stoppen lkw depot getreide da ist getreide nehmen wir mal vier stück fünf erst mal fünf vier sieben millionen kosten das passt und das passt auch okay weniger was haben wir denn jetzt für eine rate davon 473 oder verkaufen wir noch einen so so also zwei stück erst mal fahren so hüften kreisen so das heißt in glattbach mache ich einen durchgangsbahnhof der hier hinten dann lang geht und bauen wir hier schon herzlich willkommen schönen guten abend so was hören wir denn was hören wir denn was hören wir denn was hören wir denn machen wir hier mal die charts rein oder mal mal die german charts rein das brot nach glattbach mit dem lkw ja von da können wir auch machen mit dem lkw sicher martin meint jetzt nicht lieber malzeit mario schönen guten abend meint sie nicht mit dem zug ist schon eine gute strecke oder aber wir können es auch im lkw machen im endeffekt mir ist das egal puh weiß nicht die sonne wieder schreien baumaterial dann auch im lkw oder kann der zug direkt nach bonn angebunden werden ich muss ja dann hier in den bahnhof muss ich ja einmal rum einmal hier rum und danach an glattbach vorbei und dann hinten zum brot also würde ich schon sagen oder ich würde zug machen mario ok crystal wunderschönen guten abend noch mal vorbeischauen und sagen guten rutsch ins neue jahr wünscht ah ja crystal dir auch einen guten rutsch mein lieber und dominik vielen dank für den host guten rutsch mein lieber auch ins neue jahr crystal und rutsch nicht zu weit moin moin dominik oh wir müssen hier mal eben kurz ein paar lkws austauschen mal eben kurz auf pause auch ein paar busse austauschen und zwar die von Göttingen und Darmstadt bus einmal tauschen passagiere machen wir die und Darmstadt so die erste stadt auf einen lagerplatz von dort dann weiter in die stadt und in die nächste dominik dir natürlich auch guten rutsch und natürlich dann ja ein gutes ja gutes erholsames jahr boah es ist schwierig also würdest du jetzt hier erstmal nur eine lkw station machen und das alles mit lkw karren wo brauchen wir denn hier das brot bräuchten wir hier dann machen wir hier mal ein lkw depot platz ich würde sagen dann machen wir hier erstmal einen lkw platz einen großen wo wir das ganze hinkarren dann machen wir was mit lkw dann machen wir was mit lkw das wird jetzt hier ein großer cargo platz mal kurz ein bisschen begradigen hier ja 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 und so ja ich will jetzt direkt schon ein bisschen größer machen dann bauen wir jetzt mal eine autobahn vielleicht eine schnellstraße von hier hinten und ja ich glaube ich habe 그 der Halb Dombrovski, was? Halb Sommer, was? Was? Halb Sommer, halb Dombrovski, reicht? Oh, guck mal, Bus. Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Fangen wir mal weiter hier mit der Autobahn. Ist der, bist du noch woanders mit drin im Chat, Martin? So, wo brauchen wir das Zeug? Da. Ja, ich will ja... Ich will ja, dass die auch nachher Max KMH fahren, weißt du? Auf jeden Fall auf der Strecke. So, machen wir hier mal direkt schon mal einen LKW-Unload. Machen wir den da. Wow. Oh, okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Auch hier Die Produktion ist auf 53 Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen mehr hinbringen, oder? Weil hier steht alles voll Dominik, ja der Monster ist schon leer Den ich da hatte Mehr als einen dringe ich ja nicht Ich glaube, wir müssen noch mehr LKWs hin und her fahren lassen, oder? Martin So Machen wir hier auch mal kurz Da lang Da lang Dann da lang Dann sollst du aber nicht da, sondern an München-Gladbach-Ost An die zwei So Wenn es auch, ja, gleich Gleich Ja, okay, mach ich gleich So, das wäre dann Trier-Getreide München-Gladbach Trier Brot nach MG Dann machen wir jetzt von hier noch Hier lang Machen wir aber die Hier Und da lang Warum macht er das so umständlich dann? Der fährt dann da und dann nochmal Anstatt jetzt da direkt raus, weißt du? Das ist so beschissen Warum fährt der hier nicht rein? Na, gestern nicht so gut Ich habe neu angefangen heute Aber heute läuft es um einiges besser Und da Vielen Dank. Ich weiß es nicht. Ich weiß es noch nicht, Martin. So, das wäre dann MG Doppelpunkt MG Brot Bonn Hier vollladen Wer soll auf jeden Fall einen Trier vollladen? So Jetzt bringen wir noch ein bisschen Gladbach Brot von da aus Wo brauchen die Brot? Da hinten Eine Linie von Hier Nach da Da vollladen Und das wäre dann MG Doppelpunkt Brot Trier, ja, ab Psycho Ist bei mir in der Nähe Ja, Trier, da war ich ja noch Jetzt vorm Wochenende Okay, dann kaufen wir mal ein paar LKWs Erstmal auf jeden Fall für Die klonen wir mal beide Und dann Fahrzeuge kaufen Cargo Die mir Brot Transportieren Vier Stück Ihr macht jetzt mal die Strecke Trierbrot MG Dann nochmal Vier Stück Hier macht mir die Strecke MG Brot Bonn Und dann ein Für MG Brot So Jetzt haben wir hier auf jeden Fall auch schon mal mehr LKWs Die müssen sich jetzt gerade noch einpendeln Zwei Hier schon mal Vier Ich zahle mal kurz ein bisschen Kredit zurück Wir können eigentlich alles zurückzahlen Dann haben wir gar keinen Kredit mehr Sehr gut Keinen Kredit mehr Ich zahle mal kurz Bin mal gespannt ob das alles so funktioniert Mehr LKWs von Getreide zu Brot Okay Wie viele? Komplett alle vier Klonen Oder zwei Stück nur dabei Joey Schönen guten Abend Ich wünsche dir auch einen guten Rutsch mein Bester Und wir sehen uns dann im neuen Jahr mein Lieber Vielen, 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 vielen Dank Martin, meinst du soll ich die doppeln? Nochmal alle vier doppeln oder nur zwei doppeln? Oder wie viel? Also zwei dabei oder vier nochmal dabei? Die Rate 204 sind wir da gerade auf der Rate Und die brauchen Ja, sind jetzt bei 100 Aber steigt der jetzt gleich Wenn der Transport erstmal durch ist Ja, stimmt Von Bonner Klapper brauche ich noch Steine Bringt der schon was? Oh, der bringt Brot Okay Jetzt hat der hier Brot Jo, der hat Brot drin Sehr gut Der bringt jetzt das erste Brot nach Dingens Nach Bonn Und hier ist noch kein Brot Däne Schönen guten Abend Erstmal zwei dabei Okay Machen wir da mal schon mal zwei dabei Oh, nicht genug Geld Jetzt habe ich Geld Eins, zwei, drei, vier, fünf Transport Will noch nicht so richtig Ja, aber jetzt kommt's hier Zustand sehr schlecht Da müssen wir gleich mal eben kurz Fahrzeuge austauschen Irgendwurz die Fahrzeuge austauschen Das wäre Stuttgart Stein und Stuttgart Bus Orange und Rot, okay Okay Untertitelung des ZDF, 2020 Alles klar, Psycho. Dir auch noch einen schönen Abend und guten Rutsch dann morgen ins neue Jahr, mein Lieber. Wir hören uns oder sehen uns. Neun Millionen brauchen wir. Neun Millionen, das kann doch nicht so schwer sein jetzt hier gerade. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt das Zoom noch wegklicke, dann haben wir gleich Geld. Alles klar, alles mehr hatten. Dir auch. Wie gesagt, guten Rutsch ins nächste Jahr morgen. Und genau, wir sehen uns im neuen Jahr, mein Lieber. Und schön, dass du auf jeden Fall noch mal kurz vorbeigekommen bist. Danke, danke. Freut mich. Jetzt haben wir sechs Millionen. Siehst du? Ah, scheiße. So, nochmal gleich. Vom Bonn nach Gladbach, ne? Mit dem Stein. Ja, aber ich weiß nicht, ob unsere Steinproduktion das überhaupt noch gebacken bekommt. Aber gut, wir versenden noch nicht komplett so viel, wie ich es gehe. Also Maximum Darmstadt braucht immer noch nur 79. 142 Leute noch. 33, das geht. 31. Worauf wartet der? Achso, das ist der... Hier kriegst du wahrscheinlich gar kein Brot, wa? Oldtimer Kiyoshi. Vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Ah, der steigt jetzt gleich auf den Innenverlauf. Sehr gut. Moin, Jonas. Na, guck mal, und hier sind wir jetzt eigentlich auch schon über der Produktion. Aber der steigt ja gleich auf, dann braucht der auch mehr. Dann passt das wieder. Ist gerade aufgestiegen. Sehr gut. Jetzt braucht er 200. Jetzt können wir hier nämlich 300. Jetzt geht das auch wieder schneller. Oh, toll, mein Georg. Ja, wie gesagt. Hat sich ein bisschen was verändert, aber alles gut. Alles gut. Mal abwarten, was in Zukunft kommt. Aber schön, dass du hier bist, mein Lieber. So, jetzt können wir eben kurz die Fahrzeuge austauschen. Ein. Und sonst bei dir alles gut, Kiyoshi. So, jetzt haben wir sie alle getauscht. Sehr schlecht. Oh, der ist auch nicht mehr so gut drauf, der Zug. Jetzt haben wir kurz gucken hier mit der Strecke. Oh, guck mal, jetzt können wir auf jeden Fall viel mehr schon mal machen für Transport. Von, ähm... Kaufen wir mal vier Stück noch dazu. Auf Trier Brot MG. München Gladbach, ja, da kommt Brot an, aber nicht viel, weil Bonn alles wegschnappt. Gucken, haben wir eine 7. Spannende Musik. Also, wenn man mit, Ah, guck mal, richtig Vollgas Gehen wir hier sehr gut Kommen wir hier hinterher? Ja, das passt Das passt jetzt ganz gut Wir haben 300 Und haben auch fast Ja, wir haben 300er Rate, das ist perfekt Was haben wir hier? Hier haben wir eine 1280er Rate Warte an Was denkst du jetzt? Zu Zug, beziehungsweise LKW Keine Ahnung, also Funktioniert ja auf jeden Fall, ne, aber Alright Können doch nicht ganz da meine Autos Hoe wünschen wir das? Ciao 년 呀 Also die wollen 300 haben und ich schaffe momentan die machen 300 sollte doch eigentlich passen oder? Oder komme ich da nicht nach? Muss ich jetzt nur den zweiten Bauernhof anbinden Oh, ich kann noch mehr Fahrzeuge hier Oh, die Rate, die ist auch krass 1240er Rate Soll ich jetzt wirklich noch mehr LKWs da hin und her schicken? Weil hier ist ja gleich voll Visual Gaming, Fortnite Vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen Schönen guten Abend Eigentlich kann ich doch noch mehr LKWs mit Brot hinschicken Was sagst du? Was meinst du, Martin? Hier noch mehr LKWs? Naja, guck mal, jetzt geht's weg Jetzt holen sie es sich Jetzt kommen sie alle, die LKWs Aber wir kommen hier mit dem mit dem Brot nicht also mit dem Weizen nicht hinterher Das reicht nicht Jetzt Oh Gott, ey. Wir brauchen so lange mehr Baumaterial und alles. Jetzt fängt es an, ey. Ja, Blackbees? An dem alten, oder was? Warum denn das alte, nicht das neue? Schönen guten Abend. 118 und 19. Mal gucken, wo bleibt der Zug? Wo ist der Zug mit dem Baumaterial? Ja, die muss ich gleich noch machen. Fan Kevin, schönen guten Abend. Die Steine für Gladbach. Was ist los? Alter. Oh, Oldtimer Kiyoshi. Du kannst mich noch nicht so erschrecken, mein Lieber. Auf, dass die alten Zeiten wieder erscheinen. Auf jeden Fall. Oldtimer Kiyoshi, mein Bester. Vielen, 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 vielen Dank für den Resub im dritten Monat, mein Bester. Die Herzen gehen raus. Leute, das geht nicht mehr um die Uhrzeit. Danke, 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 danke für deinen Support, mein Bester. Echt. Du bist doch verrückt. Was ich mir nämlich frage. Der ist voll, ne? Oder? Ne. Doch, der ist voll. Da geht verloren. Aber wir haben doch hier hinten noch Platz. Warum, warum geht das denn nicht? Hier ist doch noch Platz hier hinten. Ah, alles cool. Alles cool. Oldtimer Kiyoshi, macht der gar keinen Stress, echt nicht. 144 bringt der. Und die brauchen eigentlich schon mehr, ne? 186. Das heißt, ich kann den auch nochmal updaten, ne? Den Zug. Dass wir noch mehr Baumaterial nach Bonn bringen. Und dann bringen wir von Bonn dann noch was. Zwei Hänger dran, ja. Und dann von Bonn ja noch nach hier, ne? Guck mal, dass hier Brot steht. Und der wartet auf sein Brot. Weil alles, äh... Warum wartet der denn? Warum... Komm, dann schicken wir den auch an... Linie verwalten. Schicken wir den auch mit an die eine Linie. Machen wir den auch auf... Fünf. Können wir sich da ein bisschen Brot mitnehmen. Ich komm gar nicht hinterher mit dem Brot hier. Guck dir das an. Soll ich noch ein paar mehr LKWs schicken? Ich glaub schon, ne? Wir brauchen noch ein paar mehr LKWs von... Das brauchen wir noch. Da brauchen wir... Mindestens noch zwei mehr. Wenn nicht drei. Mehr als zwei Anhänger hier dran an denen. Mehr dran. Wie viel soll ich denn da dran machen? Dann muss ich mal kurz warten, bis der wieder abgeliefert hat. Und dann schicken wir den mal kurz ins Depot und machen da ein paar mehr Anhänger... Äh... Mehr Dings dran. Wie viel sollen wir denn da dran noch dran machen? Der kann jetzt 144. Bonn braucht alleine schon... 100... Äh... 187. Und... München-Gladbach braucht zusätzlich noch 47. Gute Nacht Sandro. Schlaf gut, mein Lieber. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Also wie viel Anhänger sollten wir da noch zusätzlich dran machen? Drei Stück. Vier bis fünf. Drei bis vier. Dann machen wir vier... Vier Stück dran. Wenn du nur max 200 hin können, bringen mehr auch nicht. Sehr gut, das stimmt. Bis in... Die Knie geht. Bis er in die Knie geht. Ja genau. Kiyoshi. Ja, dann machen wir mal 200. Dass er auf 200 geht. Aber dann müssen wir den... Dann müssen wir den Bahnhof ausbauen. Ne, wir machen mehr. Aber wir bauen dann den Bahnhof aus. Einmal umdrehen jetzt. Wer kommt da? Kommt da ein Zug von hinten? Ja, da müssen wir auch mal gucken, dass er das noch ziehen kann. Wir haben jetzt 144. Dann kurz auf Pause machen. Wir haben jetzt 144. Und der ist schon mittelmäßig damit. Dann müssen wir aber zwei Stück dran machen oder eine elektrische. Der kann 260 Kilo Newton. Und kann 140 kmh. Und die Diesel-Lok, die kann... 200 Kilo Newton. Also könnt ihr die elektrische, die wir hier haben, 260 auf jeden Fall schon mal was mehr. Sollen wir den komplett verkaufen? Den... Also... Den weg? Entfernen wir die auch mal. Wir hatten jetzt 144 Kapazität. Fügen die mal hinzu. Cargo. Was? 13, 18, 18, 18. 120. Machen wir mal 216. Erstmal. Mach das Lord Zombie, mach das. Aber pass bloß auf, Kollege. Da kann ich halt so. Kennst du aus, das Geld ist, na klar. Oh, guck mal, der muss hier warten. Naja, wahrscheinlich haben wir das jetzt gerade durcheinander gebracht haben mit dem Zug hier. Auf jeden Fall 10Ks, sehr gutes Spiel, finde ich auch. So, jetzt müssen wir mal hier ein bisschen was umbauen. Und wenn der Zug gleich wieder raus ist. Jetzt hat der nämlich gleich auch wieder mehr versandt. Und ab dafür. Und jetzt ist die Frage, ob hinten... Mal kurz auf Pause. Wo ist der Zug? Da, mal kurz, lass uns noch ein Stück weiterfahren. So, jetzt aber Pause. Mal kurz hier wegreißen. Mal kurz, da, mal kurz, da. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hm. Neue Waggons. Sehr schön. Jetzt muss er aber warten. Was haben wir denn jetzt da für eine Rate? 167 nur. Wie viel wartet jetzt am Bahnhof? Wo meinst du? Martin? Hier das? Wir müssen ja jetzt gucken, dass wir Dingens noch anschließen. In Gladbach. Dass wir Gladbach hier noch mit anschließen. Guckt euch an, was hier an... ...Brot ist. Wir können noch viel mehr LKWs für Brot machen. Für die Strecke hier. Machen wir noch drei. Ziemlich Gladbach im Bahnhof platzieren. Ja, zuerst, aber... ...erst mal noch nicht. Äh, genau. Das, denke ich mal, werde ich jetzt auch machen. Ich werde jetzt von hier aus Baustoffe noch wegbringen. Nun. Äh, genau. Äh, genau. Äh. Äh. Äh, 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 äh. Okay. Okay. Ja, aber wo soll ich das Brot denn hinbringen? Ja, aber wo soll ich das Brot? Echt geile Mucke. So, machen wir hier mal ein Gebäude für Baumaterial. Bringen wir das Baumaterial mal hier erstmal hin. Das heißt von, neue Linie, von da. Nach hier. Das ist neben der Baustoffproduktion. Das ist neben der Baustoffproduktion. Das ist Bonn Baumatt nach Mg. Lkw. Lkw. Jetzt müssten wir mehr Abnehmer haben. Naja, jetzt wächst die auch gleich wieder. Zack. Welche Stadt neben der Baustoffproduktion ist. Äh, Stuttgart. Hier, die meinst du? Sonst muss doch Brot hin. Hier muss irgendwo Brot. Na, Bonn muss Brot. Ne, da haben wir ja. Ne, Brot brauchen wir dann irgendwo. Ne, Brot brauchen wir dann noch mal hier. Gib mal Gas hier, Kollege. Die brauchen halt so Ellen, die lang bis sie eingeladen haben, ne? Okay, anscheinend nur deiner hat so lange gebraucht, okay. Erfurt? Schmeißt ihr mir denn jetzt hier auch Baumaterial hin oder nicht? Oder tut ihr mir jetzt nur darüber die ganze Zeit Baumaterial hin? Oder ich muss denen sagen, dass die auch auf die Linie fahren. Ja, auf die fahren. Was noch das? Du musst auch noch den Depotplatz von den Baustoffen ändern. Wie meinst du das? Steffen Seeiger. Der braucht eine eigene Rampe. München Gladbach Brot. Okay, warum? Weil ich hatte jetzt gedacht, der holt sich auch sein Zeugs hier. Könnte ich auch auf die Eins schicken. Und wie kann ich das jetzt hier splitten, dass der einmal da hin und einmal da hin schmeißt? Was ist da, wie ist dein Chat so langsam, Martin? Hä? 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 Und wie ist das hier mittlerweile? 137. Weil die Waren... Moin! Crazy Flip! Schönen guten Abend. Weil die Waren bei der Fabrik ihren Lieferort bekommt. Okay. Ah, okay. Ja, stimmt. Aber meinst du, das ist jetzt okay, dass ich hier sag, ähm... Das ist nämlich... Siehste? Der braucht nämlich vier länger zum Beladen. Dann machen wir die nämlich wieder schön... Auf... Abzweig... Sechs. Crazy Flip! Äh... So im alten Sinne nicht mehr. Nee, nee. So, wir müssen mal gucken, ob wir noch was austauschen müssen. Zustand sehr schlecht. Müssen die zwei Züge austauschen eigentlich. Aber das werden wir heute nicht mehr machen. Nachricht kommen zurück erst. Okay, Martin. Ja, was willst du machen? Aber allzu lange werden wir auch heute nicht mehr machen, glaube ich. Aber wir haben es ja anscheinend so weit bisher geschafft, dass es läuft, oder? Und der muss anscheinend auch nicht warten hier mit dem Baumaterial. Das passt. Dachte 24 Stunden streamen. Okay, alles klar. Muss ich nichts machen. Da können wir auch einen dran her. Die können wir alle ein bisschen... Die können wir alle... Alle länger machen, wa? Alle mindestens... Und da haben statt. Die sind sehr begnügsam mit ihrem... Zeugs. Äh... Heute... Heute Abend. Also wir spielen jetzt seit... Viereinhalb Stunden auf der Map. Ja gut, komm. Wir tauschen mal kurz die ganzen Züge aus. Oder drei Stück. Das ist Göttingen-Darmstadt. Göttingen-Darmstadt. Wie viel stehen da? 18. Darmstadt ist nach... Da. Das reicht eigentlich. Wenn wir den einfach nur ersetzen. Hier brauchen wir welche Brot? Erfurt braucht Brot. Aber da haben wir ja eigentlich... Hier haben wir zwei Weizen. Felder hatten wir nicht hier an irgendeiner Brotfabrik? Würzburg braucht auch Brot. Aber guck mal, wir können hier schon Brot herstellen. Könnten wir von da Brot nach da. Nach Würzburg. Und nach Erfurt bringen. Ja, ja, klar. Crazy Flip spiele ich LS. Einfach mal auf dem YouTube-Kanal drauf schauen. So, wie sehen denn überhaupt unsere Linien aus? Baumaterialien. Die machen nicht wirklich Geld, ne? Stein-Baumaterial. Stuttgart-Stein-Baumaterial. Was ist das hier? Muss ich da noch mehr machen, oder was? Was ist das für eine Rate? 404 Rate. Wir produzieren jetzt 600. Okay. Müsste ich da noch mehr machen? Ja, Würzburg. Grüße, Martin. Cool, dass Würzburg dabei ist, oder? Wir wollten noch den Rest der sehr schlechten Fahrzeuge austauschen, ne? Das ist Bonn-Bus müssen wir noch austauschen. Heute ist doch ein neues Video rausgekommen. SHS. Heute ist ein neues Video rausgekommen. Auf Twitch. 183 Leute wollen von Göttingen nach Stuttgart. Oder von Stuttgart nach Göttingen. Was ist denn in Göttingen so besonders? Also Bonn ist gut am Wachsen, ey. Na, guck mal. Jetzt haben wir ja so langsam... Warum habe ich denn jetzt hier Baumaterial liegen? Hä? Warum liegt denn jetzt da Baumaterial? Baumaterial soll doch nach hier gebracht werden. Warum liegt denn jetzt hier Baumaterial? Da ist ja kein Baumaterial hin, da soll Brot hin. Also Lebensmittel. Wer bringt mir denn da Baumaterial hin? Ja. Aber wie gesagt, das sind halt alles verschiedene Interessen, weißt du? Was sich dann entwickelt. Wo kommt denn da Baumaterial mit dabei? Wisst ihr, warum hier Baumaterial ist? Würde es doch bitte einen Flughafen. Ja, werden wir machen. Ob wir das dann im nächsten... Im nächsten Sinn. Warum ist hier Baumaterial? Baumaterial wird doch hier hingebracht. Fehl uns versandt, oder was? Produktion. Und Produktion. Ist das Baumaterial weg? Okay. Na dann. Mach das, Martin. Du bist raus, Skifahren? Okay, was machst du morgen an Silvester? Danke, danke, Crazyflapp. Dir auch einen guten Rutsch. Ich mache nichts besonderes. Einen ruhigen. Mit meiner Frau. Ganz entspannt. Und dann sehen wir uns im neuen Jahr auf jeden Fall wieder. Aber ich denke mal, wir machen jetzt für heute Feierabend, meine Lieben. Wir haben ja einiges geschafft bisher. Und hoffe, Würzburg blüht bis dahin auf. Ja, Würzburg werden wir zum Aufblühen bekommen. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Wo ist Würzburg? Wo ist denn Würzburg? Würzburg. Würzburg. Größe der Städte. Guck mal, 700 Bonn. Würzburg. Wo haben wir Würzburg? Oh, Würzburg ist die kleinste Stadt. Würzburg ist die kleinste Stadt, mein Lieber. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Gut, aber dann sage ich auf jeden Fall schon mal, für heute Abend, einmal an den Chat und einmal an den Stream und so weiter an YouTube, erstmal, ja, ich wünsche euch auf jeden Fall schon Ende, ist doch noch gar nicht so spät. Nee, 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 nee. Und nee, wie gesagt, ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Rutschmorgen ins neue Jahr, meine Lieben. Und wir sehen uns dann im neuen Jahr irgendwann, ja, weiß ich nicht, vielleicht so gegen Freitag, vielleicht auch Donnerstag, mal schauen, so wie Zeit, Lust und Laune da ist. Und bis dahin erstmal einen guten Rutsch. Rutscht nicht zu weit, passt auf euch auf. Die Finger von den Böllern, von den ganzen bösen Sachen und nicht zu viel Alkohol, meine Lieben, am besten gar keinen, das ist sowieso das Beste. Und bis dahin hoffe ich, dass wir uns auf jeden Fall im neuen Jahr alle hier wiedersehen und, ja, wünsche euch auf jeden Fall einen entspannenden. Und bis dahin, ich bin raus, wir sehen uns, meine Lieben, vielen Dank für die Subs heute Abend noch und für die Follower und wir sehen uns, meine Lieben, im neuen Jahr. Bis dahin wünsche ich euch Platz zum Würzburg ist, ja, genau, Martin. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Rutsch, meine Besten. Ich bin raus. Ciao, ciao. Ciao, ciao.